Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Unsere Reise begann in den weiten Steppen von Murasa und führte uns über die Äste des Weltenbaums. Wir haben die Akten von Kunthurt studiert und das Böse aus Tiefwasser vertrieben. Wir haben Stenson und Kessick von der ewigen Nacht gerettet und die Geister in der materiellen Welt willkommen geheißen. Und jetzt, an dieser Stelle, fragen wir uns, warum tun wir uns das eigentlich an? 25 Jahre Tasty MTG. Hier ist der Podcast, der alle Antworten auf die Fragen hat, welche uns nie jemand je gestellt hat. Egal ob fatale Übersetzungen, lückenhafte Storylines oder unbegreifliche Flavor Fails. Nichts kann uns den Spaß am Spielen verderben. Was dafür sorgt, dass Magic uns so große Freude bereitet und dass man das sogar mit schnöden Zahlen belegen kann, darüber sprechen wir heute in der 25. Episode von Tasty MTG. Auch wenn niemand je danach gefragt hat. Los geht's! Ja, Geist, total irre, was wir schon alles erlebt haben. Habe ich jetzt beim Vorbereiten nochmal gemerkt. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Martin. Dankeschön. Zum Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Wir feiern Silberhochzeit, wenn du so willst. Ist das nach 25 Jahren? Ja, schon, ne? Das ist nach 25 Jahren. Ja, herzlichen Glückwunsch dir. Ja, schön. So lange sind wir also schon zusammen. Das freut mich sehr. Natürlich keine 25 Jahre, sondern so gut anderthalb. Genau, September 2020 ging's los. Ja. Ja, toll. Schön. Aber gefühlt ist es eine lange Zeit, ne? Also wir veröffentlichen ja jetzt nicht wöchentlich Episoden so, sondern anfänglich monatlich, zwischendurch auch mal drei wöchentlich, jetzt wieder so anderthalb monatlich. Immer wenn es was zu berichten gibt, so wie heute. Dann kann es toll, dass wir uns zu berichten. Ja, für die heutige Folge haben wir uns echt was ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich untersuchen wir, was macht Spaß an Magic? Und wenn ich untersuchen meine, dann meine ich, wir gehen mit wissenschaftlicher Genauigkeit daran, denn wir haben eine kleine Maschine gebaut. Du hast eine kleine Maschine gebaut. Ich hab eine kleine Maschine gebaut, die ermittelt, wie viel Spaß bestimmte Spielmechanismen und bestimmte Karten machen. So. Mehr sage ich hier an der Stelle aber nicht. Ich hab sie noch nicht, ähm, zu Ende getestet. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn du mir die nochmal erklärst und wir die dann gemeinsam auch nochmal auf den Prüfstand stellen können. Es ist ein Prototyp. Es ist ein Prototyp und wir testen den heute. Das machen wir. Und, ähm, ja, sonst nicht viel anderes, ne? Wir gucken uns genau diese Maschine an. Aber ich würde sagen, bevor wir auf die Maschine eingehen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück mit einer, ähm, deftigen Vorspeise, nämlich, ähm, Pizza Pasta. Ich hab alles, ähm, heute Gerichte rausgesucht für uns, die, ähm, Spaß machen aus unterschiedlichen Gründen. Und, ähm, du sagtest mir ja schon, dass du auch gern Pizza mit Pasta obendrauf, also nicht Pizza und Pasta, sondern Pizza belegt mit Pasta isst, ähm, gibt's auch als Pizza Bolognese. Und ich bin sehr froh, da ein, ein Gleichgesinnten gefunden zu haben. Und ich wusste gar nicht, dass du das auch so zu schätzen weißt, wie, wie ich, ähm, von daher schön, du kannst, dass du meine Freude teilen kannst. Genau. Wenn wir eins gelernt haben in den 25 Folgen, uns verbindet sehr viel. Auch die Pizza Pasta. Guten Appetit. Also guten Appetit. So, ganz kurzer Blick zurück. Wie ging, wie ging das eigentlich damals los mit Tasty MTG? Damals im September. Ja, wir machen jetzt keinen Rückblick und Traumsequenzen, in denen wir nochmal die besten Gags aus 25 Folgen einspielen. Ja, ich, wenn ihr euch erinnert, diese Clipshows, ne, das hieß Clipshows früher, das waren so die Folgen in so einer Serie, ähm, wo sie kein Geld ausgeben wollten, sondern einfach so eine kleine, minimal, so fünf Minuten gedreht haben für die Folge und sie besteht nur aus Rückblenden, aus Erinnerungen oder aus Träumen oder irgendwas. Und man sieht so die besten Gags der letzten Zeit. Das hat bei dem Fernsehen, wo man, also, als es noch Fernsehen gab, als man sich aussuchen konnte, wann die Sachen liefen, noch Sinn gemacht. Ähm, mittlerweile macht das keinen Sinn mehr und auch bei uns macht das keinen Sinn. Wenn ihr die alten Sachen hören wollt, dann hört ihr euch da einfach nochmal an. Die stehen ja, stehen ja quasi zur Verfügung. Wir können euch ein kleines Update geben zu einem großen Problem, was wir am Anfang hatten. Äh, wenn ihr euch, wenn ihr euch erinnert, wir haben, äh, wir haben unser, oder wenn ihr euch nicht erinnert, sondern, ähm, jetzt auch einfach guckt, unser Twitter-Account ist ja tasty-mtg. Und vielleicht fragt ihr euch, wenn ihr uns antwittert, warum ist das so kompliziert? Warum nicht einfach tasty-mtg gemacht? Das Tolle ist, das haben wir gemacht, ähm, und dann wurde der Account sofort gesperrt. Und, äh, ließ sich auch nicht wieder entsperren. Und in Tradition, ähm, dieses, dieses schönen Jubiläums habe ich auch nochmal nachgeguckt, ähm, wie es jetzt gerade da drum steht. Und, ähm, die Aussage ist, ähm, also, ich konnte mich einloggen und dann kam auch ein Code an die E-Mail-Adresse, den konnte ich auch eingeben und dann war ich im Account. Und der sagt, Wow, du hast es bis reingeschafft. Ich hab's bis reingeschafft, tatsächlich. Your Account is permanently suspended. After careful review, we determined, your account broke the Twitter rules. Your Account is permanently in read-only mode, which means, you can't tweet. Ich hau mich weg. Retweet or like content. Wir haben keinen einzigen Tweet damit gemacht. Nein, wir haben nichts damit gemacht. Wir haben den nur eingelegt und er war sofort gesperrt. Und, äh, klar, ich kann, äh, ich kann, äh, einen Appeal surmitten. Also, ich kann Einspruch einlegen. Aber, na klar, das hab ich ja schon viermal gemacht. Das hat wunderbar geklappt. Ich hab dreimal nur Anwalt gedroht. Ähm, ja, wir werden, Tasty MTG hätte tatsächlich eher gestartet. Ähm, wir hätten schon einen Monat ungefähr eher angefangen, aber dachten dann, nee, nee, es wär schon cool, einen aktiven Twitter-Account zu haben, den man in der ersten Folge erwähnen kann. Und haben dann irgendwann gesagt, egal, wir fangen jetzt an. Und in der ersten Folge erwähnen wir ja am Ende auch noch, dass wir keine Ahnung haben, ob wir jetzt einen Twitter-Account haben oder nicht. Genau. Aber schön, dass ihr alle den Twitter-Account gefunden habt mit dem Unterstrich und uns da so fleißig folgt. Ja, schön. Und ich mach jetzt auch noch eine goldene Überleidungsbrücke. Pass auf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn ihr uns in dem anstehenden Rechtsstreit mit Twitter unterstützen wollt, könnt ihr das jetzt tun. Denn zum 25. Jubiläum haben wir eine Seite eingerichtet auf Steady, der Plattform, der Crowdfunding-Plattform Steady, wo ihr uns in verschiedenen Paketen monatlich unterstützen könnt. Genau. Guckt mal auf die Speisekarte, was es da gibt. Und wenn ihr Lust habt und das gut findet, was wir hier seit 25 Folgen machen und vielleicht sagt, hey, macht das doch gerne öfter. Dann könnt ihr da ein bisschen Geld einwerfen und uns unterstützen. Und dann schaufeln wir uns zeitfrei und machen mehr Tasty-Folgen. Ja, dann machen wir auf jeden Fall. Der erste Schritt ist, mehr Tasty-Folgen zu machen. Ja, ich, super Sache. Ich bin gespannt, was da kommt. Und, ähm, Verlinken wir euch auf der Webseite und, ähm, in der Kapitelmarke könnt ihr jetzt auch klicken. Äh, da kommt ihr direkt zur Steady-Seite. Und wir bauen noch was auf der Webseite ein, damit ihr da direkt hinfindet. Aber ihr findet es schon. Tasty MTG auf Steady. Klasse. Dann würde ich sagen, Ab zur Hauptspeise. Möge der Spaß beginnen. Ähm, und zwar gibt's folgendes. Und zwar, es gibt ein Käsebrot. So. Aber das Käsebrot gibt's in Form, das kannst du dir aussuchen. Bzw. du machst die Augen zu und ich schneid dir das in eine Form, ähm, in eine Überraschungsform. Das ist nämlich mein Trick, den ich mache mit meiner Tochter. Wenn die keinen Bock hat, Brot zu essen, dann sage ich, ich mache die Augen zu. Ich schneide dir jetzt was. Und dann mache ich da ein Buchstaben oder so ein Auto, ein Haus, äh, irgendein Tier vielleicht raus. Und dann sieht die das und denkt sich, oh, das ist ja das Beste, was ich je gesehen habe. Dann futtert die das rein. Und, ähm, Spaß hat nämlich sehr, sehr viel damit zu tun, wie es präsentiert wird. Machst du das mit Plätzchenausstechern? Und wenn nein, warum nicht? Äh, äh, das habe ich sehr spät erst erkannt, dass es möglich ist, da mitzumachen. Ich mache das tatsächlich mit einem Skalpell und, äh, mit Hammer und Meißel. Je nachdem, wie hart das Brot ist. Und du weißt ja, für ein Kind ist jedes Brot zu hart. Und mit dieser Weisheit von Geist, guten Appetit mit euren ausgeschnittenen Brottieren. Hat mein Papa in der DDR schon gemacht mit den, äh, Plätzchenausstechern? Da gab's schon Brot. Wir hatten doch sonst nichts. Da gab's auch schließlich Brot. Ja. Aber, äh, good old, good old times, ähm, es waren das nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wie endet dieser Satz? Grofe noch gekriegt, natürlich. Ähm, aber good old times, ähm, stehen uns bevor. Denn, äh, aus den 25 Folgen haben wir ganz viel gelernt. Und das hast du jetzt in eine, in eine Contraption gegossen, die uns jetzt sagt, was, äh, was Spaß macht an Magic. Äh, unser Motto ist ja auch Hardcore Casual. Ähm, das klingt erstmal martialisch, heißt aber einfach, dass wir total, einfach Bock haben, dieses Spiel zu spielen, dass uns das Spaß macht. Und wir da nicht auf Turnieren den Spaß rausziehen, indem wir, äh, schweißtreibend da sitzen. Also wir haben das mal gemacht in Prag, wo wir dann wirklich acht Stunden saßen. Und wir haben gemerkt, ist zwar auch cool, zehn, genau, ist zwar auch cool, aber so am, ähm, Küchentisch oder jetzt über Spelltable macht's schon auch Spaß. Und dieses Casual, das liegt uns einfach. Klar, ne? Ich hab in letzter Zeit, also ich, was heißt in letzter Zeit, eigentlich schon immer, aber in den letzten halben Jahren ist es mir besonders aufgefallen, dass die Leute immer mehr drüber sprechen, was Spaß macht, ne? Kommt vielleicht auch in dem Zuge mit sich, dass Commander als beliebtestes Format, auch als Casual-Format, halt immer weiter ausgereizt wird. Viele Leute haben immer mächtigere Decks und befinden sich so on the, on the brink to see EDH, ja? Also so kurz davor, dass ihre Decks so richtig kompetitiv sind und dass es nicht mehr um den, um, dass der, der Spaß gar nicht mehr so vordergründig ist. Und, ähm, auch bei Twitter haben wir immer wieder gemerkt, als wir gefragt haben, hey, was, was macht Spaß bei Magic-Spielen? Plötzlich gab's da so Überschneidungen, ne? Und ich hab so gemerkt, hey, in sowas Subjektivem wie Spaß, da gibt's offenbar Dinge drin, auf die können sich, können sich die Leute einigen. Die finden viele Leute gleichzeitig spaßig. Oder viele Leute gleichzeitig unspaßig. Und daraufhin fing das so ein bisschen an, dass ich das, dass ich das mal selber so ein bisschen untersucht habe. Was macht, was macht dir denn so persönlich Spaß beim Magic-Spielen? Was ist denn so das, was dich dran hält? So ganz persönlich für dich so ein, ein Ding? Also schon so dieses, ähm, dieses Kombo auf einem niedrigen Level. Also wenn, wenn ich was mache und das löst dann viel aus. Deswegen spiel ich auch sehr gerne Enchantments. Also ich, ähm, find Enchantments eines der besten Kartentypen, weil das, weil das immer so einen kleinen Effekt erzeugt, wenn ich was anderes mache. Also das macht mir Spaß. Wenn ich, wenn ich was spiele und dann passiert gleichzeitig noch was anderes. Naja. Ja, es passiert einfach super viel, ne? Egal, wen ich frage, wem ich diese Frage in den letzten, in den letzten Monaten gestellt hab, es kommen immer grundlegend unterschiedliche Antworten so. Ähm, was ich gemacht hab, ist aber, ich hab das ein bisschen systematischer angegangen und ein bisschen genauer hingeguckt und mir vor allem die Mechanismen von Magic angeschaut. Also ich hab's wirklich versucht, so konkret wie möglich zu machen. Bevor wir sozusagen auf die einzelnen, auf die einzelnen Dinge angehen, vielleicht, ähm, äh, auf die einzelnen Dinge der Maschine quasi eingehen und so beschreiben, auch wie diese Maschine überhaupt aussieht und was das überhaupt ist, ja, ähm, vielleicht nochmal so ein paar grundlegende, grundlegende Sachen zu, zu Magic. Ja, jetzt wird's so ein bisschen, wir setzen mal die Game-Designer-Hüte auf und, und bewegen uns mal ein bisschen so in die, in die mechanische Welt von Magic rein, ja. Und, ähm, wir sagen ja gern Mechanismen, ne. Andere Leute sagen Mechaniken, es ist ein und dasselbe und wenn wir heute beide Begriffe benutzen, wir werden die bestimmt oft benutzen, dann, ähm, keiner davon ist falsch. Mechaniken wird öfter benutzt, ähm, als, als Mechanismen. Ich sag's ja gern Mechanismen. So, das, das kurz vorab. Aber ja, was man immer wieder hört, Leute ziehen gerne Kappen. Das ist ein Mechanismus, ein Spielmechanismus. Ich ziehe eine Karte und nehme sie auf die Hand sozusagen. Genau, da kommen wir ja auch schon ein bisschen dahin. Ich hab mich versucht zurückzuerinnern, äh, wie ich Magic gelernt habe. Und das Erste, wenn dir jemand sagt, was Magic ist, dann sagt er, es ist halt ein Kartenspiel. Es ist ein Sammel-Kartenspiel. Und ein Kartenspiel hast du natürlich immer im Kopf, okay, du kriegst irgendwie Karten, du ziehst Karten, du spielst Karten. Das war so die erste Assoziation, die ich dann mit Magic auch hatte. Naja, genau. Aber ich find noch ganz entscheidend, das Kampfsystem, was es in Magic gibt, ja. Also, dass du quasi jede Runde, gibt es so einen Abgleich von, ja, so einen Abgleich von Stärke der Karten, die du ausgespielt hast, ja. Also, man hat die Möglichkeit anzugreifen, man hat die Möglichkeit zu blocken, aggressiv zu spielen, defensiv zu spielen, ne. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Spiel, was sozusagen mit Karten spielt, so in Permanence quasi, also bleibende Karten, die im Spiel sind. Aber es gibt eben auch diese Karten, die man nur einmalig einsetzen kann. Was wiederum ganz unterschiedliche Spielmechanismen mit sich bringt. Aber das ist so ein grundlegender Gedanke von Richard Garfield sozusagen gewesen, ne. Dass es ein Spiel ist, von Karten, die ich ins Spiel bringen kann, die mir immer wieder einen kleinen Vorteil bringen. Oder halt sehr starke Karten, die ich einmalig spielen kann, aber die dann halt erstmal nicht mehr so leicht zugänglich sind, weil sie dann in den Friedhof wandern. Anderes grundlegendes Ding ist natürlich das Mana-System, ne. Ich kann nicht alles spielen, was ich ziehe, sondern es gibt halt dieses Ding, dass ich mich darum kümmern muss, dass ich quasi auch die Ressourcen habe, diese Karten auszuspielen. Und ich kann eh nicht alles spielen, weil ich muss mich für eine Farbe entscheiden. So, es gibt diese fünf Farben, ja. Und die sind ja, ich sag mal, auch inhaltlich so eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Grundlage und sorgen auch dafür, dass unterschiedliche, ja, SpielerInnen, ja, unterschiedlich angesprochen werden von den einzelnen Fähigkeiten, die diese Farben mit sich bringen und von den Schwächen, die diese Farben mit sich bringen. Hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen verwirrt. Also, wir hatte, ich weiß gar nicht woher, wir hatten uns diese Dualdecks gekauft, und da war so eine Anleitung drin, da war auch die fünf Farben beschrieben und ich dachte, oh ja, hier blau liest sich ganz gut, bis ich dann tatsächlich so nach mehreren Spielen festgestellt habe, ich spiele gar nicht so gerne blau. Deswegen hat es mich am Anfang eher verwirrt, aber da uns das ein Freund beigebracht hat, war es eigentlich tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, also hier, du ziehst Karten, du spielst Kreaturen und dann greifst du mit denen an. Das ist auch, glaube ich, so das, wo die meisten reinkommen. Also, die meisten werden, glaube ich, jetzt nicht so ein Spells-Deck, also ein Zaubersprüche-Deck haben, sondern tatsächlich, was du gesagt hast, mit Permanence, also Karten, die dann auch physisch vor einem liegen und damit irgendwas versuchen zu bewerkstelligen. Wir werden gleich noch ganz konkret erstmal noch so ein paar, so ganz allgemeine Sachen, ne? Also, Magic ist auch ein Spiel, was dadurch interessant ist, dass es offene Informationen gibt, also Karten, die offen auf dem Tisch liegen, wo man genau weiß, ah, der Gegner hat eine Kreatur, die ist so stark, und im Friedhof liegen diese und jene Karten, auf die er vielleicht wieder Zugriff hat, aber es gibt eben auch verdeckte Informationen, die für den Gegner verdeckt sind, weil es Karten sind, die ich auf der Hand habe oder verdeckt auf dem Tisch liegende Karten und es gibt auch für mich verdeckte Informationen, also die Bibliothek, die einfach gemischt daneben liegt, wo ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Also, das ist schon auch spannend, wie so der ganze Informationsfluss ist. Karten wechseln Zonen, ne? Also, ich weiß noch, ich habe mal ein Interview gehört von, ich glaube, Brian David Marshall war das, ein so ein, ja, ein Magic-Historiker, wenn man so will und ein Connoisseur des Spiels, der sagte halt, so, Magic macht Spaß, weil Karten immer wieder zu unten wechseln, so, und weil Karten ihre Zustände verändern, die werden getappt, die werden untappt, die werden umgedreht, die gehen in Friedhof, die gehen auf die Hand, die gehen in die Bibliothek und so weiter. Und Magic ist letztlich auch, und das ist ja so, das ist ja so ein Spezialgebiet von Richard Garfield, der beschäftigt sich ja ganz, ganz viel mit dem Zusammenspiel von Zufall und Strategie. Wahrscheinlichkeit. Und, ja, Wahrscheinlichkeiten, aber er sagt halt auch, ein Spiel ist sehr, sehr gut, wenn es einen hohen Anteil an Strategie hat, wie bei Magic, ich stelle mein Deck zusammen, es verlangt von mir, ja, eine Weitsicht, auch ein gewisses strategisches Know-how, wenn ich spiele, und es gibt einen hohen Anteil von Zufall. Ich schmeiße diese Karten zusammen, ich mische diese Karten und ich weiß nicht, was ich ziehe und ich muss mir diese Wahrscheinlichkeiten eben einberechnen. Und das funktioniert bei Magic sehr, sehr, sehr gut. Für mich funktioniert das bei Magic so gut wie bei keinem anderen Spiel, was ich kenne. Er hat noch das Beispiel von Poker gebracht, wo das ähnlich ist, wo man eben ein sehr hohes Level an Geschicklichkeit oder Geschick mitbringen muss, aber es eben auch eine sehr, sehr große Zufallskomponente gibt. Ja, dann haben wir das jetzt alles benannt, aber genau, du sagst es schon, das muss man jetzt ja alles so ein bisschen praktikabel machen für, wie du es genannt hast, die Maschine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie du gesagt hast, du hast eine Maschine gebaut, ich hatte dann erst mal so vor Augen aus Monkey Island, ich weiß nicht, ob du Monkey Island gespielt hast, oder den ersten Teil, wo der Schwertmeister oder der Schwerttrainer sagt, okay, du hast jetzt ganz gut gelernt, ich lasse dich antreten gegen die Maschine. Und dann kommt so ein Synthi-Sound und dann schiebt der von rechts im Bild so eine Apparatur rein, so mannsho, gesteuert von so einem Affen. Ungefähr genau das gleiche ist. Und gegen den musst du fechten, genau. Und das, wenn ich mir vornehme, ich lasse dich antreten gegen die Maschine. Die Maschine ist eine mannshohe Apparatur, die von einem Affen gesteuert wird. Das können wir so festhalten. Gleich von weggenommen, ganz doof gesagt, das ist eine Excel-Tabelle, die von mir bedient wird. Aber schalte nicht ab. Eine mannshohe Maschine, die einen Affe bedient. So, ja, ja. Aber, genau, Step by Step. Verlinken wir die eigentlich? Wir verlinken die, ja, ja. Der könnt da gerne mal reingucken. Das ist ein kleines, aber wachsendes Ungetüm. Und das ist kein Programm, was ich geschrieben habe, sondern es ist ein Experiment, ein Gedankenexperiment. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich arbeite auch ein bisschen als Game Designer und für mich war es auch eine Möglichkeit, das, womit ich mich eh Tag, einen Tag aus beschäftige, so Spiel und Unterhaltung im Spiel, das einmal anzuwenden auf Magic und zu gucken, so etwas zu quantifizieren, was vermeintlich nicht quantifizierbar ist. Also wirklich festzustellen, mal sich auf Zahlenwerte festzulegen, beispielsweise für eine immaterielle Sache wie Spaß. Also jetzt geht es nicht um Power-Toughness, sondern wir in dieser Maschine können wir quasi sozusagen feststellen, ein bestimmter Mechanismus hat den Spaß von sieben und ein anderer Mechanismus hat den Spaßwert von vier und ein anderer hat den Spaßwert von zehn. So, und dann können wir die miteinander vergleichen. Und was das Ganze für Erkenntnisse mit sich bringt, das klären wir ganz am Ende. Erstmal so ein paar grundlegende Sachen. Also es geht wirklich um Spaß. Und es geht nicht ausdrücklich nicht um das Gewinnen. Ich möchte hier diese Karten, das sind wirklich zwei Sachen, die ich voneinander trennen möchte. Das heißt, wenn wir etwas bewerten, dann bewerten wir es nicht danach, wie nah es mich an den Sieg heranführt. Auch Gewinnen kann Spaß machen, aber das wird hier ausgeklammert. Das Gewinnen an sich wird ausgeklammert. Dazu könnt ihr euch alle anderen Podcasts quasi anhören, die beschreiben euch, wie ihr sozusagen auch effektiv spielen könnt. Ihr wisst ja, das machen wir nicht so häufig, ja. Genau, und jetzt haben wir es auch wissenschaftlich bewiesen. Und jetzt sind wir gerade dabei, das wissenschaftlich zu beweisen, ja. Aber genau, das ist ganz wichtig zu verstehen für diese Maschine. Das heißt, wenn wir gleich den, keine Ahnung, den Black Lotus evaluieren, ja, dann bewerten wir quasi nicht, wie gut ist der im Spiel, so, oder wie, was, welche Rolle spielt es in monetärer Wert, sondern wir gucken, wie viel Spaß macht es, den Black Lotus zu spielen. Einfach nur dieses Stück Papier mit dem Mechanismus da drauf. Und wir betrachten den Mechanismus. Wir betrachten auch nicht den Flavor und nicht das Artwork, etc. Das machen wir auch in anderen Folgen. Und man muss sagen, wenn ihr eine Karte habt, die ihr für das Artwork liebt, für die Verknüpfung von Titel, Mechanismus, Artwork, Flavortext und so weiter, dann schlägt das, dann schlägt das dieses System, ja. Also, Flavor Always Wins steht quasi hier groß oben drüber. Der Flavor sticht alles aus. Wenn euch persönlich eine Karte oder ein Mechanismus so gut gefällt, dann ist das sozusagen alles nichtig, was wir hier erzählen, ja. Das ist das große relativierende Moment, weil, keine Ahnung, ja, eine Karte kann mich erinnern an eine bestimmte Situation in meinem Leben, kann mich erinnern an eine Geschichte, die ich gelesen habe oder an etwas, was überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat oder an einen besonderen Spielmoment, wo ich mich verliebt habe oder so. Das ist, das steht über allem drüber. Schöne Grüße an den anderen Martin. Ich werde Aschjock nie wieder anders spielen können, als mit euch beiden in diesem abgelegten Hotel in Thüringer. Ja, ganz groß, das kleine Aschjock. Das ist immer, das ist so eine schöne Geschichte einfach. Die können wir an anderer Stelle, die haben wir, glaube ich, noch mal erzählen. Aber diese ganze Metasituation, die bringt mich immer noch zum Lachen. Genau. Dann ist natürlich ganz wichtig einzuschätzen, wie gehen wir um mit dem Thema Komplexität, ja? Also, es gibt ja Karten, es gibt, oder SpielerInnen, denen macht es nichts aus, eine Karte in die Hand zu nehmen, wo zehn Zeilen Text draufstehen, ja? Aber es gibt einige SpielerInnen, denen macht das was aus, denen nimmt das die Freude am Spiel. Und Spaß hat sehr, sehr viel mit der Komplexität zu tun. Steht da irgendwie im Zusammenhang. Wir bewerten die Karten nach dem Grundsatz, das ist so ein, ja, Game Design Grundsatz, easy to learn, hard to master. Das heißt, je einfacher der Mechanismus, desto besser, sagt aber natürlich nichts darüber aus, wie komplex die Karte im Spiel ist. Aber wir gehen sozusagen von der Grundprämisse aus, je einfacher ein Mechanismus ist, je simpler, desto besser ist er. Manchmal gibt es natürlich auch noch sozusagen eine Schere von, es gibt viele Worte auf einer Karte, aber sie spielt sich total fluffig und total intuitiv. Und andersrum, es gibt eine Karte, da stehen irgendwie zwei Zeilen, drei Zeilen Text drauf und es bereitet dir einfach nur einen riesengroßen Knoten im Hirn, diese Karte auszuspielen. Und wenn du den Knoten im Hirn hast, dann unterbricht das den Spielfluss, dann wirkt sich das negativ auf den Spaß beim Spielen aus. Ihr merkt schon, es wird langsam konkreter. Wir gehen weiter. Ich komme noch mit. Ja, du kommst noch mit. Gut, Ressourcen sind ein wichtiges Thema. Wenn jemand frisch anfängt, Magic zu spielen, dann fühlt sich das für die Person sehr unangenehm an, wenn beispielsweise Karten von der Bibliothek in den Friedhof geschmissen werden. Weil die sind ja dann so weg. Also man weiß ja, man hat ja am Anfang, kennt man noch nicht die ganze Palette von Tools, die es gibt, um den Friedhof halt auch als Ressource wahrzunehmen. Und wir gehen davon aus, dass wir sozusagen den Spaß bewerten, nicht für Leute, die gerade erst anfangen, Magic zu spielen, sondern Leute, die quasi schon verstanden haben, hey, meine Ressourcen sind natürlich das Mana, was ich vor mir liegen habe. Das sind aber auch Handkarten. Das ist mein Friedhof. Das ist meine Bibliothek. Also alles, was irgendwie im Spiel zur Verfügung steht. Also ich bewerte jetzt sozusagen den Spaß an der Karte nicht schlechter, nur weil draufsteht, um zusätzliche Kosten, um diesen Spruch zu wirken, werfe zwei Karten ab. Wenn dieser Effekt dann entsprechend stark ist sozusagen und das nicht so extrem quasi ist, extrem spaßhemmend oder irgendwas, dann spielt das keine Rolle, dann wirkt sich das nicht negativ auf den Spaß aus. Oder wenn es heißt, keine Ahnung, Dredge, war ja mal so geplant, dass man die Spieler bestraft, Karten von der Bibliothek irgendwie in den Friedhof zu werfen, damit man eine Karte aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen kann, hat sich schnell herausgestellt, dass das keine Strafe ist, sondern dass es eine ziemliche Belohnung ist, weil Leute, die gerne mit ihrem Friedhof interagieren, dann eben genau mehr Ressourcen an dieser Stelle haben. Und gerade bei den guten Karten-Decks spielt es auch nicht so die Rolle. Wenn irgendwo steht, zahle fünf Leben, um den und den Effekt zu haben, dann muss das nichts Negatives per se sein. Dann trübt das nicht den Spaß, weil wir begreifen, es ist eine Ressource und auf diese Ressource haben wir Zugriff, so wie wir unser Mana tippen. Gleichwohl gucken wir trotzdem, es gibt bestimmte Karten, die ressourcenmäßig extrem rausstechen. Wenn ich extrem viel Mana bezahlen muss, um eine Karte zu spielen und ich nichts weiter sonst machen kann, dann kann ich einfach unterm Strich weniger spielen. Das ist natürlich doof. Wenn eine Karte extrem wenig kostet, dann kommen wir gleich, Beispiele bringe ich gleich noch, dann berücksichtigen wir das auch. Ich habe so ein bisschen bei diesem Ding Multiplayer im Kopf gehabt, einfach weil das große Casual-Format ist Commander, wir spielen es nun mal alle als Multiplayer, deswegen wird natürlich geguckt, auch Multiplayer, Interaktivität und so spielt eine große Rolle. Und wie du gerade schon gesagt hast, kommen da natürlich auch viele Mechanismen zu ihrer vollen Blüte, einerseits, weil man halt viele Karten hat, weil man mehr Leben hat als sonst, das heißt, die Karten können so ein bisschen besser atmen, denke ich mir jetzt gerade, wenn du die Mechanismen dir anguckst und jetzt nicht nur auf den Sieg hinguckst. Genau. Und noch ein letztes Wort zur Funktion quasi, es ist ziemlich simpel, es ist eine Tabelle, in der quasi in jeder Spalte oder es gibt verschiedene Kategorien, für die jeweils Punkte vergeben werden und diese Punkte werden einfach addiert und am Ende kommt dann eben ein addierter Zahlenwert raus. Je höher der Zahlenwert ist, desto mehr Spaß macht es quasi dieser Mechanismus, diese Karte. Mit Mechanismen funktioniert es sehr gut, mit Karten ist es zum Teil sehr, sehr komplex, aber gucken wir uns heute trotzdem mal an, probieren wir mal ein bisschen aus und ja, so simpel, so simpel ist das Ganze. Es können in den meisten Kategorien Punkte vergeben werden von plus zwei bis nach unten hin minus zwei sozusagen, ja, also es können auch Punkte abgezogen werden und ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns die einzelnen Kategorien mal an, in denen bewertet wird, gucken wir uns ein paar Beispiele an und danach schmeißen wir die Maschine mal an. Sehr gut und genau, wenn man den Rechtsstreit gegen Twitter gewonnen haben, dann nehmen wir das restliche Geld, was von euch noch übrig ist und dann bauen wir eine App draus. Hm, das ist natürlich, hm, das ist hart. Okay, gucken wir uns die einzelnen Spalten beziehungsweise die einzelnen Kategorien mal an. Okay, also die erste Oberkategorie quasi nennt sich Spielfortschritt, ja, das heißt, es macht Spaß, Dinge zu spielen, widersprecht mir, wenn's anders ist, ich bin überzeugt davon und hab das wissenschaftlich erforscht, es macht Spaß, wenn das Spiel voranschreitet, ja, es macht keinen Spaß, wenn das Spiel ausgebremst wird, es macht keinen Spaß, langsam spielen zu müssen, sondern ich will in den Gameflow reinkommen, ja, ich will, dass das Spiel mich nicht überfordert, ich will, dass das Spiel mich nicht unterfordert, ich will, dass das Spiel mir nicht wegrennt, ich will einfach, dass das Spiel voranschreitet und irgendwann auch zu einem Ende kommt. Also du spielst quasi Mana und spielst Kreaturen aus und ziehst Karten oder was? Erste Unterkategorien, das Wichtigste ist, Karten ziehen, ja, Magic-SpielerInnen lieben es, Karten zu ziehen, mehr Ressourcen zu haben, mehr Möglichkeiten zu haben und alles, was damit irgendwie hineinspielt, Karten ziehen ist wichtig und es kommt natürlich auch daher, dass man in Magic pro Zug nur eine Karte ziehen darf und genau, dass es eben nicht so ein Spiel ist wie Pokémon, wo man auf einer einfachsten Common-Karte halt einfach mal drei Karten ziehen kann, sondern genau, das ist halt hier ein bisschen anders so, das bringt halt die Besonderheit von Magic mit sich. Dann gibt es eine zweite Kategorie, extreme Ressourcen habe ich die genannt, ja, also da will ich sozusagen festhalten, das ist dann eher auf bestimmte Karten bezogen. Also extreme Ressourcen ist ein Unterpunkt von Spielfortschritten, ich glaube, für jemand, der die Tabelle jetzt nicht Vorsicht hat, also wir sprechen jetzt über insgesamt vier Kategorien, die du aufgestellt hast, die erste ist Spielfortschritt und darunter gab es jetzt eben Karten ziehen und ein zweiter Unterpunkt ist die extremen Ressourcen. Genau, Karten, die wenige Ressourcen kosten, sorgen dafür, dass ich viel machen kann, dass ich auch für mich selber sozusagen ein Vorankommen im Spiel habe, nicht Richtung Sieg, sondern dass ich viel tun kann. Ein extremes Beispiel für diese beiden Sachen ist halt Ancestral Recall. Diese Karte, ihr kennt sie, kostet ein blaues Mana und ich kann oder ein Spieler meiner Wahl darf drei Karten ziehen. Das ist halt einmal extrem wenige Ressourcen, die ich aufbringen muss, um meine Ressourcen aufzufrischen, also Karten zu ziehen und ich kann einfach sehr viele Karten ziehen. Das ist eine Karte, die es nie wieder gab, die unglaublich monetär teuer ist. Ihr kennt sie, ist eine von diesen Power Nine und aber wenn ich sie spiele, ungeachtet dessen, wie teuer sie ist und wie selten sie ist und so weiter, das ist halt schon cool. Ich mache relativ wenig und kriege sehr, sehr viel, sehr, sehr großen Benefit davon, der mich im Spiel hält, der mir Optionen gibt und das Spiel voranschreiten lässt für mich. Dass es unfair ist, wenn die anderen keinen Zugriff auf diese Karte haben, das ist eine andere Geschichte. Dann gucke ich quasi auch bei Spielfortschritt. Die letzte Kategorie ist Downtime, nennt sich das. Das ist quasi die Wartezeit für die anderen. Also wenn ich quasi die Zeit, die ich warte, bis ich wieder dran bin. Und es gibt Karten, die erhöhen diese Wartezeit für meine Mitspielenden, wie zum Beispiel klassisch Tutoren. Wenn ich gegen ein Deck mit vielen Tutoren spiele, dann sorgt das, wir denken an Casual, also nicht an hochkompetitive Decks, die genau wissen, was sie aus ihrer Bibliothek raussuchen sollen, sondern an das durchschnittliche Spiel, so wie wir das alle kennen, dann sorgt das dafür, dass Leute ihre Bibliothek von 280 Karten in die Hand nehmen und dann mal so eine Auswahl von den Top 5 machen, die sie gern ziehen würden und dann einen Top 2 und sich dann schweren Herzens würfeln, um sich für eine Karte zu entscheiden. Dann noch die Bibliothek mischen müssen und dann kann das Spiel vorangehen. Das heißt, jegliches Mischen des Decks braucht Zeit, verlangsamt das Spiel und erhöht die Downtime für die GegnerInnen. Und Tutoren machen sowas beispielsweise wie der Demonic Tutor, wo man sich für eins und ein schwarzes Mana eben eine Karte aus der Bibliothek aussuchen und auf die Hand nehmen darf. Die nächste Kategorie ist vielleicht die nächste Oberkategorie, ja, ist vielleicht die wichtigste Kategorie, Interaktivität. Ich behaupte, es macht mehr Spaß zu spielen, wenn mehr interagiert wird am Tisch. Wenn du dem immer noch folgen kannst, ja. Ja, natürlich, folgen können, das ist ganz wichtig. Also generell ist es, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es sorgt für ein schöneres, soziales Erlebnis, wenn ich gucken muss, was meine Gegner machen und wenn meine Gegner gucken müssen, was ich mache. Ja, es gibt eine größere, größere Verbindung der Spielenden am Tisch. Und ein ganz entscheidendes Moment, ich hatte es schon erwähnt, ist halt die Angriffsphase, die Kampfphase. das heißt, sorgt ein Mechanismus dafür, dass er mich ermutigt anzugreifen. Das ist die erste Unterkategorie, die ich betrachte. Werde ich dazu ermutigt, anzugreifen? Hab ich quasi, werde ich dazu ermutigt, zu interagieren? Und genau andersrum, werden meine Gegner dazu ermutigt, mich anzugreifen? Also kommt Interaktion zustande durch Kreaturen. Genau, also zum Beispiel beim Wettbewerb, dich anzugreifen, macht so einen Mechanismus wie Raid, den können wir uns auch gleich nochmal angucken. Wie heißt der? Wie heißt der im Deutschen gleich nochmal? Überfall heißt es, glaube ich. Dann kriegst du einen Benefit, wenn du angreifst. Zum Beispiel gibt es den Wingmade Rock, das ist eine weiße Kreatur, ein Vogel, der kostet drei und zwei weiße, eine Mythic, der fliegt und wenn er angreift, dann erzeuge ich eben einen drei, vier weißen Vogel, Kreaturen Spielstein mit Flugfähigkeit. Nee, also wenn du angegriffen hast und der kommt ins Spiel, dann macht er noch drei, vier. Ja, ja, sorry, genau, 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 wenn ich angegriffen habe und der kommt ins Spiel, ja, das heißt, ich will den nur spielen, wenn ich in diesem Flug auch irgendwie angreifen konnte. Damit du dann zwei Vögel hast. Damit ich dann zwei Vögel habe, genau. Richtig. Und angegriffen werden, das gibt es tatsächlich nicht so oft, aber beispielsweise gab es in Mitternachtsjagd diesen schönen Mechanismus Coven, Hexenzirkel, wo es eben darum geht, dass ich drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrolliere. Da hat mein Gegner dann natürlich ein großes, großes Interesse daran, das irgendwie zu stören, diese bestehenden Kreaturen, will mich dazu zwingen, irgendwie zu blocken mit einer Kreatur, dass eine Kreatur totgeblockt wird beispielsweise, damit ich den Benefit nicht mehr habe. Also das ist ein Mechanismus, der ermutigt mich oder ermutigt meine Gegner, mich anzugreifen. Wie gesagt, es geht hier nicht darum zu gewinnen, sondern es geht um Spaß. Ja, muss man immer wieder, immer wieder sagen. Das sind, das sind durchaus zwei verschiedene Paar, verschiedene Paar Schuhe. So, dann gibt es noch so, so allgemein gefasste Sachen wie, ähm, gibt es Karten, die mich dazu zwingen, darauf zu achten, was meine Gegner tun. Ganz klassisches Beispiel sind alle Spontanzauber, Instance, ja. Ich muss genau gucken, wann macht mein Gegner was und wann setze ich die quasi ein, an welcher Stelle. Das kann, ähm, so ein Doom Blade sein für ein so ein schwarzes Spontanzauber, wo ich eine, äh, nicht schwarze Kreatur zerstören kann. Oder, oder auch viele, oder auch andere. Das heißt, das ist irgendwie ganz wichtig. Und andersrum natürlich, ähm, spiele ich Karten, auf die meine Gegner, Gegner reagieren können oder, oder spiele ich etwas, wo, wo es eine Möglichkeit gibt zu interagieren. Ähm, es gibt ein Negativbeispiel wie zum Beispiel, äh, Fluchsicherheit, Hexproof. Ähm, wenn halt eine Karte Hexproof hat, dann kann man mit der halt nur sehr schwer interagieren. Die schränkt halt dann einfach die Interaktionsmöglichkeiten ein und die Möglichkeiten mit mir als, als Spieler, mit meinen, mit dem, was ich tue, zu interagieren und schließt die anderen so ein bisschen aus. Hat ja Wizards mittlerweile auch eingesehen, ne? Und gemerkt, dass sie das, dass sie das doof finden auch und haben beispielsweise diese, ähm, Ward, wie heißt das auf Deutsch? Abwehr? Abwehr. Abwehr erdacht, wo man, was auch eine Art Hexproof ist, aber wo man das Hexproof quasi umgehen kann, wenn man einen bestimmten, ja, bestimmte Kosten bezahlt, einen Mana-Betrag oder ich glaube, es gab auch noch andere Karten oder so. Leben braucht man Abwehrkosten. Also Interaktivität, du siehst vier Unterkategorien, In jeder, in jeder Kategorie können maximal zwei Punkte erreicht werden. Das heißt, hier könnte man insgesamt maximal acht Punkte erreichen, ja? Damit wollte ich auch dem sozusagen nochmal ein bisschen mehr Gewicht geben. Wir gehen weiter. Es gibt noch mehr. Spaß ist eine sehr komplexe Sache. Dritte von vier Kategorien ist Komplexität. Komplexität. Und da ist eine Unterkategorie gleich mal das Gegenteil, Simplizität der Regeln, ja? Also wie ich oben schon sagte, easy to learn, hard to master, das ist sozusagen das Ziel, was wir angehen, wo ich den größten Spaß drin sehe. Das heißt, wenn bestimmte Regeln sehr komplex sind, dann sorgen sie dafür, dass sie, dass sie, ja, bestimmte Spieler vielleicht abhängen, ja? Man weiß nicht mehr, man verliert den Überblick schneller, es verlangsamt das Spiel und es ist weniger intuitiv zu spielen, es verringert den Spaß. Bending. Zum Beispiel. Ja, ja, genau, genau. Also klar, das ist, natürlich sind das auch subjektive Sachen, bestimmte Leute können mit komplexeren Regeln leichter umgehen als andere, aber ich glaube, es gibt eine ganz gute Baseline, ab welchen Punkt es dann einfach, ja, kompliziert wird. Und vielleicht auch unnötig kompliziert. Und zum Thema Komplexität, weil sozusagen das Positive des Ganzen ist auch so eine spielerische Flexibilität. Also beispielsweise Spells, wie habe ich am Wochenende erst dagegen verloren, geht der Raktos Amulett, der Raktos Charm, ja, also diese ganzen Charms sind ein schönes Beispiel. Der hat zum Beispiel, ich lese den mal kurz vor, der kostet schwarz und rot, ist ein Ankommen, ein Spontanzauber, bestimme eines und dann hast du drei Optionen. Schicke alle Kreaturen aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl, alle Karten aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil oder zerstöre ein Artefakt deiner Wahl oder jede Kreatur fügt ihrem Beherrscher einen Schadenspunkt zu. Und letzteres hat mich am Wochenende das Spiel gekostet. Da hat der der liebe Axel aus unserer Playgroup einfach im richtigen Moment gezogen und mich dann noch wegpingen können. Genau. Aber er konnte halt diese Karte auf der Hand behalten und dann eben im entsprechenden Moment einsetzen und ja genau und sich entscheiden und Flexibilität oder beziehungsweise Entscheidungen treffen können ist das ist quasi das Grundding eines Spiels. Ja, nur wo ich mich entscheiden kann ist ein Spiel. Und ja, je mehr es davon gibt, desto besser bis zu einem gewissen Punkt, wo es mich eben überfordert. Auswahl ist immer gut. Genau, deswegen war am Anfang nochmal der Rückschluss zu Karten ziehen, was dir ja auch eine Auswahl gibt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Karten ziehen eigentlich gut ist, weil ich dachte, ich habe ja sieben Karten und ich will ja erst mal die spielen und das will ich nicht laufend neue ziehen. Warum will ich denn dann zwei Karten pro Runde ziehen? Es gibt ja einfach mehr Auswahl, was dann alles andere auch erleichtert. Naja, und wer ein bisschen Magic spielt, der weiß, es fühlt sich einfach auch gut an. Das ist ja das Absurde. Durch diese ganzen vielen Bonnisse, Bonny, die man halt kriegt im Spiel, entwickelt sich halt irgendwann tatsächlich so ein bestimmtes Gefühl für bestimmte Mechanismen. Und bestimmte Gefühle verhärten sich auch vielleicht sogar zu Unrecht. Aber kommen wir später noch dazu. Und dann habe ich noch geguckt und das war vielleicht das Schwierigste. Spaß ist ja nicht für jeden das Gleiche. Und ich hatte mich vor kurzem erst mit dem Tim Getke, den kennt ihr vielleicht von Twitter, der macht ganz, ganz tolle Proxys und habe mich mit dem unterhalten, über seinen Style zu spielen. Und so wie ihn kenne ich auch noch jemand anderes bei uns in der Playgroup. Es gibt einfach Leute, die haben Bock, ich sag mal, ja, Fies zu spielen. So Decks, die sich ein bisschen unfair anfühlen. Die, ähm, den anderen vielleicht so Prison-Effekte spielen. Die die anderen so ein bisschen ausblocken. Die gern countern, was die anderen machen. Die, ähm, ja, immer so eine Antwort haben wollen. Die auch bereit sind, vielleicht ein bisschen komplexer zu spielen. Und halt auch, ja, aus der Schadenfreude eben auch eine echte Spielfreude rausziehen. Und das Spiel bietet Platz dafür und soll auch Platz dafür bieten. Und, ähm, genau, dementsprechend habe ich noch verschiedene SpielerInnen-Typen erstellt. Drei Stück. Angelehnt an diese drei SpielerInnen-Typen, die Mark Rosewater ja schon mal erstellt hat, ne? Das waren ja Johnny, Jenny, äh, Timmy, Tammy und Spike. Mhm. Spike. Er hat noch mal ein paar andere gemacht, aber die, genau, die lassen wir jetzt mal außen vor. Die haben wir ja schon mal besprochen in unserer Flavor-Folge, wo es um die, ähm, ja, Walthus und Mel ging. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Und entsprechend gibt's nicht den Timmy, sondern, äh, den oder die Kimmy. Ähm, diese Person, die findet's zum Beispiel cool, ähm, Sachen zu spielen, die, äh, ihm oder ihr Schutz geben. So, ne? Die irgendwie große Kreaturen zu spielen. Und, ja, besondere Hingabe oder, oder Vorliebe für einfach einfache Mechanismen, einfache Texte, leicht zu verstehendes Gameplay. Kann ich mich auf jeden Fall mit identifizieren. Ähm, dann, äh, Johnny Jenny ist hier zu Tony geworden. Und Tony liebt es eben, viele Dinge zu tun. Ja? Wie ich vorhin schon sagte, Karten verändern ihre, ähm, Zonen, äh, es kommen Counter hinzu, es gehen Counter runter, ich kann hier was machen, ich kann dort was proliferaten und so. Ähm, die lieben auch Synergien. Synergien, das hab ich vorhin auch gar nicht mit erwähnt, ne? Synergien können wir natürlich auch nicht mit abbilden, weil wir jetzt nicht von einer Karte sagen können, naja, die kann ja noch mit der das machen, mit das der machen, und dann macht's ja Spaß, nämlich wir betrachten sozusagen einzelne Elemente, nicht die, nicht die Synergien, die kann man quasi gar nicht fassen. Und, ja, genau, das ist quasi unser Tony und, ähm, den, ähm, den, die Person, die, äh, sehr gern mit Schadenfreude eben auch Freude gewinnt, äh, die ist hier nicht, ähm, ist aus quasi dem Spike, der ja eigentlich nochmal ein bisschen was anderes ist, aber ist hier ein Nicky geworden. Und, ähm, genau, Nicky macht genau das, was ich schon erwähnt hatte, countert auch gern, äh, spielt gern Prison-Effekte und, genau, spielt gern Dinge, die auch eine gewisse Schadenfreude erzeugen, die auch einfach den Gegner so ein bisschen, äh, damagen. Wo würdest du dich einsortieren? Überall. Ja, also ich gehe davon aus, dass, äh, keine einzige Person einem, einer, einer Kategorie zuzuordnen ist, sondern es gibt bestimmte Karten, die triggern in mir auch sozusagen den, den Nicky oder den Tony oder den Kimi, das kommt ein bisschen drauf an. Und deswegen habe ich in diesen Kategorien jeweils noch einen Punkt zu vergeben, ja. Also wenn man das sozusagen zusammenfasst, können dort nochmal drei Punkte gewonnen werden. Puh, so, ich bin am Ende der Tabelle. Das heißt, wir haben jetzt alle Kategorien kennengelernt, die du zugrunde gelegt hast. Also ich wiederhole nochmal, äh, wir haben Spielfortschritt, Interaktivität, Komplexität und den Spielerinnentyp als eine von vier großen Kategorien. Und alle vier mit ihren Unterpunkten, ähm, gehen quasi in einfacher Wertung in die Bewertung einer Karte ein. Also für jede von diesen Unterpunkten gibt es maximal zwei Punkte. Mhm. Ähm, oder auch zwei Minuspunkte, wenn ich mir richtig, äh, entsinne. Genau, es kann auch bis zu zwei Minuspunkte geben, ne, das hängt noch ein bisschen davon ab. Wenn, wir gehen jetzt gleich mal mit irgendetwas, ähm, hier durch, wir suchen uns mal irgendeinen Mechanismus raus. Im Mechanismus funktioniert es ganz gut, weil die so eine Sache machen, ne, und so ein Ding darstellen, quasi einen Mechanismus darstellen. Und wenn ich in der Kategorie sagen kann, ja, dann sind das zwei Punkte. Wenn ich sag, mhm, ja, schon, dann ist es ein Punkt. Wenn diese Kategorie keine Rolle für die Karte spielt, dann gibt es null Punkte. Und wenn man sagen kann, äh, nein, die, die sorgt für das Gegenteil davon, dann gibt es minus zwei Punkte und entsprechend dann eben minus eins, wenn sie quasi demgegenläufig ist, aber es jetzt nicht mit klarem Nein zu beantworten ist. Wie viele Punkte gibt es maximal? Also, ähm, jetzt gibt es hier zwölf Kategorien, ne, aber du hast gesagt, die Spielerinnen-Typen, die zählen nur einfach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 Punkte. Aber ich sag euch gleich mal, dass, ähm, ich hab noch nichts gefunden, wo, wo alle Kategorien sozusagen zur Geltung kommen. Es gibt ganz viele, wo man sagen kann, nee, das spielte keine Rolle, spielte keine Rolle, spielte keine Rolle. Zum Beispiel Ressourcen, Mana-Kosten spielt bei Mechanismen weniger eine Rolle, als bei Karten beispielsweise. Und auch Downtime, ähm, spielt bei den Mechanismen weniger eine Rolle, als, äh, wenn wir uns einzelne Karten angucken. Okay, also 21 Punkte gilt es zu schlagen. Sag mal so, dass der Mechanismus, von denen, die ich bisher quasi mir angeschaut hab, das sind ein paar irgendwie, 30 oder so, 33 hab ich jetzt schon mal angeguckt, ähm, die höchste Punktzahl ist 11. Willst du mit dem gleich anfangen? Wollen wir es mit dem gleich machen, oder willst du es ein bisschen spannend machen? Nee, von mir aus können wir sehr gerne damit anfangen, weil, ähm, das war für mich auch so ein bisschen die Baseline, weil es der Mechanismus war, ihr könnt gerade ein bisschen mitraten, während ich das noch beschreibe, der Mechanismus, auf den sich die meisten einigen konnten. Und von allen, alle Leute, die ich gefragt hatte, ähm, haben gesagt, ja, das macht mir richtig Spaß und deswegen war es für mich auch entscheidend zu sehen, bildet es diese Maschine ab? Und so überprüfen wir die jetzt einfach mal ein bisschen. Wir geben mal was rein, wovon man so landläufig denkt, dass es viel Spaß macht, dann etwas von, wovon wir vielleicht wissen, dass es keinen Spaß macht und diese ganzen anderen, die uns dann vielleicht im Verhältnis zu den, zu den anderen Dingen, ähm, ja, vielleicht erst auffallen werden, dass sie Vorteile bieten, wenn es um den Spaßfaktor geht. Wir beginnen mit Monarch. Monarch ist, hat die Krone aktuell. Genau, Monarch hat die Krone und zwar mit Abstand. Und zwar mit Abstand. Wir gehen mal Stück für Stück durch, ja? Also, Monarch, ähm, extreme Ressourcen, Mana Kosten, nenne ich es jetzt mal. Spielt keine Rolle. Kann ich Karten ziehen mit Monarch? Kann ich machen. Sogar eine am Ende. Ja, genau. Ich ziehe eine zusätzliche Karte im Zug. Absolutes Ja. Ähm, verändert es die Downtime? Müssen meine GegnerInnen irgendwie länger warten? Oder geht das Spiel schneller dadurch? Ich ziehe einfach die Karte. Ja, es verändert überhaupt nichts an der Downtime. Ähm, gibt es mir einen Anreiz anzugreifen? Ja, weil dann kann ich Monarch werden. Korrekt, zwei Punkte. Äh, gibt es einen Anreiz angegriffen zu werden? Auch das, weil dann kann jemand anderes Monarch werden. Absolutes Ja. Ähm, kann mein Gegner, ähm, ähm, drauf reagieren? Das ist ein bisschen jetzt, ähm, das ist eher sowas, wo es um Spells geht. Das würde ich kurz rauslassen, weil diese Interaktion, wo mein Gegner drauf reagieren kann, die wird schon durch den Kampf abgebildet. Ja, also ich würde mal sagen, durch Kampf ja, anders wird es schwierig. Durch Kampf ja. Nee, genau. Genau. Das Emblem kann mir jetzt nicht weggenommen werden oder so. Das ist einfach ein Zustand, den ich als Spieler habe. Mhm. Und, ähm, genau, irgendeine Besonderheit, dass ich auf den Gegner reagiere damit, gibt's auch nicht. Die Interaktion findet hier über den Kampf statt. Komplexität, also Simplizität der Regeln. Ist relativ einfach, also ich ziehe halt noch eine zusätzliche Karte am Ende. Ich ziehe am Anfang eine und ich ziehe am Ende eine. Combat Damage, ich kriege die Krone, ziehe eine Karte. Super simpel. Zwei Punkte. Äh, Flexibilität. Muss ich eben kurz erinnern, was das, was das aussagt, aber es, ähm, Spiel, ich würde sagen, es gibt keine Punkte hier. Es gibt keine Flexibilität sozusagen. Also, wenn du so willst. Du bist die Karte oder du bist nicht Monarch. Ja, genau. Und dann der Spieler in, ähm, Typen-Bodus. Kimi. Ja, würde ich sagen, freut sich dann. Da hat er, äh, mehr Sachen, die er potenziell machen kann. Genau, gibt einen Punkt. Toni. Freut sich auch. Kann auch mehr machen. Äh, Niki. Ähm, freut sich auch. Ja, genau, so hab ich's auch gesehen. Genau so. Und das sind am Ende elf Punkte. Okay. Wir drinnen den Regler auf elf. Das ist schon mal ein guter, guter Wert. Also, das, ähm, man denkt jetzt erst 21, warum hat es jetzt nicht die 21 erreicht? Vielleicht kannst du auch sagen, warum es nicht die 21 erreicht hat. Na, weil einfach bestimmte Sachen keine Rolle spielen, Also, es gibt kein, keine bestimmten Mana-Kosten oder Ressourcen, besondere Ressourcen, ne? die irgendwie sehr hoch sind, die spielt einfach keine Rolle. Ähm, es verändert die Downtime nicht. Deswegen gibt's hier auch keine, keine Punkte. Es beschleunigt das Spiel nicht, es verlangsamt das Spiel nicht. Genau. Okay. Das sind übrigens, das sind eben die Kategorien, die eher, ähm, eine Rolle spielen für, äh, für die Bewertung von Karten, von einzelnen Karten. Das heißt aber auch schon, dass, ähm, sich eine Gesamtbewertung eigentlich, also, 21 Punkte sehr schlecht erreichen lassen, weil halt unterschiedliche Elemente, die eine Karte spaßig machen, sich auch ein bisschen entgegenstehen. Genau. Das heißt, wir, wir denken jetzt nicht an die 21 Punkte, sondern wir denken an die 11 von Monarch. Und überlegen dann eher, warum kommt es nicht an die Qualität oder an den Spaßfaktor von Monarch ran? Okay. Also ich fand es nochmal wichtig zu erwähnen, dass halt diese 21 Punkte nicht, also eigentlich gar nicht erreicht werden können, sondern dass das eigentlich verschiedene, äh, Pools sind, aus denen wir den Spielspaß ziehen und sich dadurch dann quasi eher Richtung 10 oder 11 so ein Optimum rausbildet. Mhm. Genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Bei Monarch waren es drei Punkte für die, für die SpielerInnen quasi, SpielerInnen-Bodus, weil es einfach jedem Spielertyp Spaß macht, was es tut. Es erfüllt irgendwie ganz, ganz viele, ähm, 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 Anforderungen quasi. Es ist simpel, es sind zwei Punkte, sind wir bei fünf. Wir haben Interaktion durch den Combat, also sowohl das Angreifen wird, ähm, es gibt einen Anreiz für das Angreifen und es gibt einen Anreiz, dafür angegriffen zu werden, sind nochmal vier Punkte mehr, sind wir schon bei neun. Und ich ziehe Karten, sind wir bei elf. Sag doch mal irgendeinen anderen Mechanismus. Und dann guck mal, was mit dem passiert. Ähm, also ein Keyword, ne? Ich bin jetzt wirklich mal mit, mit, mit Keywords durchgegangen. Also das müssen nicht nur Keywords sein. Du kannst, kannst alles sagen, kann auch Keyworded irgendwas sein. Ähm, jetzt ist die, jetzt ist natürlich die, die Auswahl riesig. Moment, ich überlege mir was Schönes. Du kannst auch gucken, was ich in der Tabelle schaue, was ich schon gemacht habe. Dann können wir da durchgehen. Ähm, aber weil ich da, weil ich da vorher nochmal drüber gestorbert bin, wie ist es denn mit, äh, Ascent? Aufstieg? Ah, okay, das habe ich noch nicht. Okay. Machen wir mal. Also, sag mir nochmal, was Ascent macht. Lass es nochmal vorlesen. Ähm, also Ascent guckt quasi, wie viel Permanence du auf dem Feld hast und du kriegst dann Boni daraus. Ist vielleicht jetzt nicht so ein, ist vielleicht jetzt nicht so ein einfacher Mechanismus zu bewerten, weil die Effekte unterschiedlich sind. Da müsste ich vielleicht was anderes werden. Ich lese es mal vor, Aufstieg auf Deutsch. Ja. Falls du zehn oder mehr bleibende Karten kontrollierst, erhältst du für den Rest der Partie den Segen der Stadt. Quasi so ein Zustand. Aber wir können vielleicht den ersten Teil bewerten. Ich glaube, das könnte funktionieren. Du meinst? Wenn du zehn oder mehr Permanence kontrollierst. Wir gehen mal, wir gehen mal Stück für Stück durch. Mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Dass es komplex ist und dass es irgendwie auch im Kopf ein bisschen wehtut, wenn man das macht, das gehört irgendwie dazu, aber es ist irgendwie ganz geil. Und nachher, wir sammeln jetzt mal so ein paar Sachen und dann, ich habe ja auch noch ein paar so unsortierte Sachen noch hinzugefügt und dann sortieren wir das mal und dann gucken wir uns nachher mal sozusagen die Top 5 an, der Sachen, die irgendwie oben sind. Und da kann ich euch versprechen, da sind ein paar Sachen dabei, mit denen man gar nicht so rechnet. Essent, gibt es irgendwie eine bestimmte, ja, Ressourcen, Mana-Kosten, Bewandtnis hier? Nicht so. Nicht so richtig, ne? Genau. Also der Effekt dann vielleicht später. Deswegen meine ich, solche Batching-Mechanismen sind vielleicht auch schwierig einzuordnen, weil die immer was Unterschiedliches machen. Äh, Karten ziehen. Lässt er mich Karten ziehen? Teilweise ja. Essent? Ach so, naja, nee, du meinst jetzt Karten, die Karten, die dich Karten ziehen lassen. Aber der Mechanismus per se lässt mich keine Karten ziehen. Das stimmt, nee, genau. Genau. Das ist nämlich das Spannende auch an diesem Mechanismus. Das ist gar kein richtiger Mechanismus, sondern es ist eher so, der Mechanismus sagt quasi, wenn an dem Rädchen viele Permanents gedreht wird, sozusagen, wenn der ins Spiel kommt, ja, dann kriege ich einen Zustand. Das heißt, das macht erstmal überhaupt nichts. Per se. Ne? Die Karte könnte dann was damit machen. Erhöht es die Downtime? Ähm, glaube ich nicht. Ich sag mal minimal, man muss das 10 zählen. So, genau. Das würde ich jetzt auch nicht mit Minuspunkten bewerten. Ähm, erhöht es die, meine Lust anzugreifen oder zu blocken? Eigentlich nicht, weil ich verliere dann vielleicht meine Permanence, würde ich jetzt sagen. Ja, ich würde hier sogar sagen, es ist das Gegenteil, macht das Gegenteil, ne? Ich schütze meine Sachen, ich mache, ich werde inaktiver. Ja. Weil ich diese 10 erreichen will, aber ich würde auch jetzt nicht sagen, per se, so, ja, also ich würde dir einfach mal minus einen Punkt geben. Ja, weil wenn du sie erreicht hast, kannst du sie ja nicht mehr verlieren, der Aufstieg. Genau, richtig, ja, genau, genau. Ähm, erhöht es den Incentive, angegriffen zu werden? Ähm, würde ich sagen, ja. Ich denke auch, Weil hier sind oftmals auch Kreaturen mit im Spiel, es werden nicht nur Länder gezählt, so, man versucht natürlich viele Permanence ins Spiel zu bringen, und ich denke mal, Kreaturen sind ein Teil davon. Das heißt, klar, ne? Ich denke auch, hier würde ich jetzt zwei Punkte vergeben. Mhm. Ähm, kann mein Gegner drauf reagieren? Ja, würde ich sagen. Also, solange du ihn noch nicht hast, ja. Außer durch Angriff. Ja. Ach, außer durch Angriff. Ja, also du kannst ihn auch wieder, das ist halt auch so ein Zustand, den du nicht wieder verlieren kannst, also. Ich würde trotzdem den Punkt geben, Ja, ich würde auch sagen. Es ist auch so ein Anreiz davon, vielleicht ein Removal zu spielen, ähm, vielleicht was zu counteren, oder irgendwie zu gucken, dass diese Permanent-Anzahl sich nicht vergrößert. Genau, erhöht es meine Fähigkeit oder meine Lust darauf, auf Gegner zu reagieren? Minimal. Ich bin ziemlich auf mich konzentriert, ich will mein Aufbauspiel betreiben. Ne? Ist ja ein ziemliches so Sammeln und Aufbauen. Ja. Komplexität, also wie simpel ist der Mechanismus erstmal? Simplizität der Regeln. Schon relativ einfach. Ich finde es auch. Ich überlege gerade, geht man hier zwei Punkte oder nur einen Punkt? Ich würde sagen, ich würde sagen, ein, also es ist nicht ganz so einfach wie Monarch. Ja. Ja, man braucht ein bisschen die Baseline, Ja. Klar. Wie flexibel ist das Ganze? Schon. Hier wieder, du meinst wahrscheinlich die Karten, ne? Also nicht die Flexibilität für den Designer, der darum Karten baut. Ach so, dann natürlich nicht, weil du hast entweder, du bist entweder aufgestiegen oder nicht. Genau, richtig. Ja, ja, ja. Also es spielt keine Rolle und es verschlimmert, macht es nicht weniger flexibel oder so, ähm, das Spiel, sondern, genau, es spielt einfach keine Rolle. So, dann vergeben wir mal Spieler in Bonny. Äh, wie findet das der Kimi? Der es gern einfach mag. Aber hier, du hast auch gesagt, der, der Schutz, also diese, diese Prison-Geschichte, also diese, er schützt es nicht gerne, er baut so auf, da würde ich sagen, der, der freut sich da schon, wenn er dann, ich würde auch sagen, erst mal viel, viel, viel vor sich liegen hat. Genau, es geht auf jeden Fall mit diesem Aufbauen, Aufbauen wollen mit sich, mit so, äh, äh, Geht so, würde ich sagen. Da passiert jetzt erst mal nicht viel, und da liegt erst mal nur viel rum. Da passiert zu wenig, ich würde, das, das, das findet er nicht interessant. Der will mehr machen, so, der will irgendwie mehr Bewegung haben im Spiel. Und der Niki-Bonus? Ist auch minimal, würde ich sagen, weil der hat jetzt erst mal nicht so einen großen Effekt auf den Gegner und, abhängig von der Karte, die es Cent hat, dann wiederum für den, also per se, finde ich, ist hier Noah Kimi derjenige, der es irgendwie ganz geil findet. Und wir kommen auf vier Punkte. Okay, also schon deutlich unterschiedlich. Vier Punkte hat sich rausgestellt, ich muss nachher mal hier so ein bisschen den, den, den Durchschnitt errechnen, das kann ich gleich mal machen. Warte, wie mache ich das hier in der Tabelle? Mittelwert. Geil. Mittelwert. Das ist alles möglich hier. Hier wird nicht nur summiert. Der Mittelwert liegt bei 4,028. Also vier ist der Mittelwert. Es sind eine sehr, sehr durchschnittliche, sehr, sehr durchschnittlicher Mechanismus. Nehmen wir doch mal ein, die hier schon drinstehen, wo du sagst, ja, die fand ich überraschend. Überraschend? Ähm, lass mal kurz überlegen. Überraschend, na, das sind natürlich die, die weit oben stehen, ne? Nicht unbedingt. Vielleicht ist auch eine nicht so tief, wie du dachtest. Ja, ja, gut, lass mal, ich, ich hab, sagas. Sagas finde ich schön, ja, okay, lass mal durchgehen. Ja, also Mana-Kosten per se, wie gesagt, das ist was für die, für die Kartenkategorien, das können wir ja einfach auch mal weglassen, wenn wir über die Mechanismen sprechen, so, weil eine Saga per se nicht mit einem Mana-Wert oder bestimmten Ressourcen verbunden ist, Ich brauche keine, muss keine Ressourcen aufbringen, um eine Saga zu aktiv, also, ne, irgendwas, die kommt ins Spiel. So, und wie teuer die ist, oder wie preiswert, das wird an anderer Stelle sozusagen bewertet. Ähm, Karten ziehen. Gibt dir natürlich so ein bisschen den Vorteil, die Effekte, die vielleicht eine Karte wert sind, am Schnitt vielleicht eine halbe Karte, so ein Effekt. Ja, genau, ich habe hier schon, also Kartenvorteil zu bewerten, ist, finde ich, eine schwierige Kiste und dann kommt man in Teufelsküche, aber wir haben ja einfach drei Effekte und wir haben jetzt sogar diese Karten, die beidseitig sind, die mir Bonnie geben, quasi erstmal als Enchantment und dann kriege ich Phase 1 und Phase 2, Kapitel 1, Kapitel 2 und dann auf der anderen Seite was, ich habe mir mal einen Punkt vergeben. Mhm. Äh, Downtime. Ja, schon ein bisschen, also, da passiert immer noch was Zusätzliches am Anfang, bis dann der Zug richtig losgeht, da musst du das noch machen und, äh, ja. Ist ein, ist ein Spieleffekt, ich habe es hier allerdings nicht mit negativ bewertet, weil die Effekte sozusagen, die, die ich über die, über die Sagen kenne, die sind nicht so, die sind nicht so krass, die haben halt auch nicht so viel Platz, die müssen da kurze Texte inschreiben, da passieren keine, keine weltbewegenden Sachen, da wird ein Counter hochgesetzt und dann wird ein Effekt ausgeführt. Ähm, kann sein, dass ich das hier falsch bewerte. Ich könnte auch eine Minus 1 reinschreiben. Ich schreibe meine Minus 1 rein. Mhm. Ähm, inzentiviert das quasi einen Angriff oder einen Block? Ausmehr nicht, also der Mechanismus nicht. Nichts zu tun, ne? Angegriffen zu werden, dann entsprechend auch nicht. Entscheidungen, sie liegen nebendran. Eine andere Reaktion des Gegners. Habe ich mehr Möglichkeiten, auf den Gegner zu reagieren damit oder der Gegner auf mich zu reagieren? Nee. Das ist auch wieder so ein bisschen das Aufbauspiel, ne? Komplexität, Simplizität der Regeln. Der Regeln, wie die Saga funktioniert. Du hast jetzt hier zwei vergeben, sehe ich. Ich würde, glaube ich, nur eins vergeben. Also ich finde das nicht so simpel. Also der Mechanismus, der Sagen an sich, den finde ich schon ziemlich easy. Es kommt rein, ich lege eine Marke drauf und kriege einen Effekt. Nächste Runde lege ich noch eine Marke drauf. Aber auch, wann es passiert oder so, ich finde das nicht so. Das stimmt, wann es passiert ist tricky, ne? Ja, und dann kannst du da wieder irgendwie noch was mitmachen dazwischen. Also ich würde, glaube ich, nicht... Okay. Ja. Gut, wir ziehen einen Punkt ab. Flexibilität. Ja, passiert halt immer. Jede Saga funktioniert gleich. Die funktioniert gleich. Ich gebe mir keine Entscheidungsmöglichkeiten, ne? Passieren halt einfach nur der Reihe nach. So, wen spricht das an? Kimi, Toni, Niki? Kimi würde ich auf jeden Fall sagen, würde ich auf jeden Fall eine Eins geben. Also ist vielleicht... Ja. Toni würde ich zwei sagen. Also da passiert schon viel. Ne, ich vergebe bei den Spielerntypen jeweils nur einen Punkt. Also vergebe nur einen. Insgesamt drei Punkte erreicht werden können. Dann würde ich da sagen, auch einen. Und bei Niki, der... Der guckt dann eher drauf. Ich würde sagen, dem ist es zu passiv. Ja. Da haben wir insgesamt drei Punkte für Saga's. Das ist unterdurchschnittlich und das hat mich überrascht, weil ich dachte, Saga würden besser abschneiden. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja natürlich auch immer bei solchen sehr blumigen Mechanismen, die eigentlich nicht so, die eigentlich nicht immer den gleichen Effekt haben, auch sehr schwierig einzuordnen. Das große Ding ist halt, die sagen, die sind halt einfach, die haben die, die haben nichts mit den anderen Spielern zu tun. So. Die sind halt super nicht interaktiv. Die machen halt was und man baut so vor sich hin und man baut so auf und es gibt sicherlich Leute, die das gut finden sozusagen und die bieten viele schöne Synergien und die bieten spielerische Vorteile quasi, weil sie so, ne, auch Kosten-Nutzen-Faktor, aber das ist wieder eine Sache, die hat mit dem Gewinn zu tun und nicht per se mit dem Spaß. Machen wir doch mal was Praktisches, um vielleicht auch den Übergang zu reellen Karten zu machen. Ja. Ich hab weiter unten, hast mich ja gebeten, nochmal ein paar Karten reinzuschreiben und eine davon hat zum Beispiel Trample, also Trampelschaden. Lass uns doch mal sowas ganz, ganz Simples und ganz Altes aus Magic bewerten. Ja, ich hab ja auch Flying und sowas schon mal gemacht. Ja, Trample ist okay. Also, Trample bringt keine Mana-Kosten mit sich, Trample zieht dir keine Karten, Trample verändert die Downtime nicht. Trample will, dass du angreifst und ich sag mal so, wenn du halt ein großes Viech hast, was Trample hat, dann greifst du halt lieber an, wenn der Gegenüber nur ein 1-1er hat und dich nicht einfach Jump blocken kann oder deinen Block abwehren, oder deinen Angriff abwehren kann, sondern das ist dann natürlich, klar, zwei Punkte. Da macht das Angreifen gleich ein bisschen mehr Spaß auch, ne, wenn du weißt, dass was durchkommt. Angegriffen werden, verändert das irgendwie den Zustand meines Gegners, mich eher anzugreifen oder weniger anzugreifen? Nicht so. Ne, das hat mit dem Blocken nichts zu tun, der Mechanismus, ne. Der ist ja nur, wenn diese Kreatur quasi Complete Damage austellt, dann kann sie das über, über die Toughness der blockenden Kreatur hinaus auch auf den Spieler tun oder auf die weiterhin blockenden Kreaturen. Ne, stopp. Jetzt sag ich Quatsch, aber auf den Spieler sozusagen, wenn es über die Toughness der blockenden Kreatur hinaus geht. Befördert das irgendwie dafür, dass man darauf, befördert das irgendwie, dass mein Gegner darauf reagieren kann oder dass ich auf meinen Gegner in besonderer Weise reagieren kann? Ich würde schon, also der Gegner kann reagieren, vielleicht intensiviert es eher, dass er da interagiert, dass er vielleicht eher blockt oder eben auch nicht blockt. Also ich würde sagen, dass er eben, dass er nicht blockt halt eher, ne, weil viele sagen dann, okay, der trampelt eh drüber. Oder mit mehreren blockt. Also ich glaube, das kann schon so eine, so eine Blockinteraktion zumindest einen Gedankengang erzeugen. Also ich würde da jetzt, glaube ich, nicht so ganz neutral sein. Ich würde, glaube ich, schon sagen, das ist eins. Dann, genau, es intensiviert, Angriff blockt, das habe ich ja vorhin schon mit zwei Punkten versehen. Ja, okay, gut. Achso, du meinst jetzt Reaktion außerhalb vom Kampf. Ne, dann. Außerhalb vom Kampf, ja, ja, genau. Außerhalb vom Kampf. Wahrscheinlich nicht. Oder doch, also, ja, das ist schwierig, weil er vielleicht dachte, okay, ich muss den jetzt rausnehmen, diese Kreatur, mit meinem einen Removalspell, den ich habe, weil der macht mir sonst jede Runde schaden. Vielleicht lockt es dann auch so ein bisschen die Interaktion heraus. Wenn du willst, dann haue ich ja noch einen Punkt drauf. Ich würde einen Punkt geben. Okay, gut. Simplizität der Regeln. Ist relativ einfach. Auf jeden Fall. Nicht immer in Verbindung mit allen möglichen anderen Regeln, die noch auf der Karte mitstehen können, aber sie an sich schon, also mir war zumindest und ist auch als blutiger Anfänger irgendwie klar, was das macht. Im Deutschen steht ja sogar verursacht Trampelschaden. Ich würde aber nur einen Punkt geben, nicht zwei, weil du musst ja schon noch ein bisschen rechnen. Also wenn du bis 10 zählen musst und das ist ein Punkt. Na gut. Ne, zwei Punkte. Na gut. Sorry. Flexibilität. Ne, das ist Trampel macht Trampel. Ja. Nämlich gibt dir keine Auswahlmöglichkeiten oder so. Das macht die Karte nicht flexibler. Aber wer findet es gut? Kimi, Toni, Niki. Zu gewinnen finden alle gut, ja, mit Schaden durchkommen finden alle gut, aber welchem Spielertyp entspricht Trampelschaden am ehesten? Ich würde schon sagen, Kimi und Toni, ich hätte bei Toni glaube ich auch noch einen Punkt gegeben. Ja, du hättest bei Toni noch einen Punkt gegeben? Ich glaube, ich würde bei Toni keinen Punkt geben. Den macht es nicht per se glücklicher irgendwie. Okay. So, der nimmt es natürlich mit, weil es ihn dann gegebenenfalls näher an den Siegrand führt, aber es ist so, das ist so ein Ding, was so schön einfach ist, dass es Kimi vor allem geil findet mit seinen großen, dicken Kreaturen. Aber guck mal, haben wir schon, haben wir jetzt sechs Punkte insgesamt für den Punkt? Sechs Punkte. Sechs Punkte ist schon ziemlich weit oben. Es gibt wenig, was über die sechs Punkte hinausgeht. Also Monarch ist mit seinen elf Punkten schon ziemlich weit oben. Zeigt mir aber auch, dass Mechanismen dann besonders gut sind, wenn sie eine Sache richtig gut machen und viele andere nicht schlecht. Ja, genau, absolut. Absolut. Du wolltest überleiten zu den Karten damit. Genau, weil ich hatte, du hast natürlich auch selber ganz viele Karten unten aufgeschrieben, aber hattest mich auch noch gebeten, mal Karten hinzuschreiben, die ich gerne bewerten würde und über den Trampelscharten habe ich gleich mal aufgeschrieben, das kolossale Schreckensmaul, Colossal Dreadmoor, was gefühlt eine Zeit lang in jedem zweiten Set, wenn nicht sogar in jedem Set drin war und ich wollte jetzt einfach mal mit dir testen, ob diese Karte wirklich so gut war, dass man sie fünfmal reprintet hat in einem, ja, gefühlt. Ja, ja, naja, mhm, okay. Gibt's hervorstechende Mana-Kosten? Besonders hohe, besonders niedrige? Ähm, also für Grün sechs Mana, sechs, sechs ist schon eine gute Rate, würde ich sagen. Also ich würde jetzt vielleicht eine Eins geben. Also ich würde eh nicht eine Null geben, ich sage, lass mal eine Null geben. Ich würde auch eine Null geben, ne, also tatsächlich wollte ich, für Grün ist es nicht sensationell. es verändert nicht den, den Spaß genau, es verändert nur den Spaß, wenn's sensationell ist, also wenn's ein, wenn's ein Lotus ist oder ein Ancestral Recall oder halt irgendwie, so, ne, oder wenn's halt irgendwie ein Eldrasi ist, der zehn Mana kostet, dann ist so, äh, äh, dann muss ich irgendwie reinscheaten, bla. Äh, hilft's dir dabei, Karten zu ziehen? Nein. Minus zwei. Achso, oder verändert's, achso, mach nicht, mach nicht schwerer, ja, du verlierst ja keine Karten dadurch sozusagen auch, ähm, ähm, verändert's die Downtime? Nö. Nee, würd ich auch nicht sagen, also das trägt eigentlich sogar für den Spielfortschritt bei, ne, weil irgendwie ein großes, großes, großes Viech im Spiel ist, irgendwie, was Trampelschaden verursacht. Ähm, erhöht's die Wahrscheinlichkeit, dass du damit Angriffs angreifst oder blockst? Ja. Äh, erhöht's die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden? Ja. Wir bewerten jetzt die Karte an sich. Mhm. Dann würd ich sagen, das, äh, verringert die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, weil du hast ne 6-6 da liegen. Mhm. Naja, ich würd ne Minus eins geben. Mhm. Ähm, kann mein Gegner in irgendeiner besonderen Weise drauf reagieren oder, oder ermöglicht, befähigt es mich, auf meinen Gegner zu reagieren? Nee, nicht außerhalb vom Kampf, würd ich sagen. Ja. Ähm, Simplizität. Zwei. Super, super easy Karte. Ja. Deswegen wurde sie auch in wieviel, ähm, Sets in Folge? Ich guck dir das parallel nach. Äh, guck mal, guck mal. Macht es mich flexibel? Ist es flexibel auszuspielen? Kann ich eine schöne Entscheidung treffen oder so, wenn ich sie ausspiele? Eigentlich nicht. Nee. Und wer findet es gut? Kimi, findet es auf jeden Fall gut. Das ist eine ziemliche Baseline-Karte, vier Punkte. Ist, äh, insgesamt sechsmal reprintet worden. Ähm, dann würd ich gerne auf eine Karte eingehen, die mich ein bisschen überrascht hat, im positiven Sinne. Und zwar, von der hört man immer wieder, ähm, wird immer wieder in Podcasts erwähnt, auch in unserem, äh, und das ist das Secret Rendezvous. Mhm. Im, im Deutschen, die heimliche Verabredung. Okay. Lest mal kurz vor, was die Karte macht. Hätten wir vielleicht auch mal im Colossal Dreadmore mal kurz mal. Machen soll. Kostet Dreadmore ist eine 6,6 für vier und, äh, zwei Grüne, also sechs Mana. Eine Common und die verursacht Trampelschaden. Hab ich was vergessen? Nee, ist einfach, ist einfach, ist einfach eine Superkarte, die, die gefühlt für ein ganzes Jahrzehnt steht. Trampelter Dino, ja. Äh, so, und jetzt, die heimliche Verabredung. Die heimliche Verabredung. Genau, und eine heimliche Verabredung ist eine Hexerei aus Strixhaven, ein Ankommen, die kostet eins, weiß, weiß, also insgesamt drei Mana. Und macht folgendes, du und ein Gegner deiner Wahl zieht je drei Karten. Du ziehst drei Karten. Und jemand, der mitspielt, zieht drei Karten. Mhm. Das klingt schon mal ganz gut, wenn du an die ganzen Spaßkategorien so, denkst, jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Hat die irgendeine besondere Mana-Kosten? Spektakuläre, spaßbringende Mana-Kosten? Ich sag erstmal nein. Das spielt keine, ich find's nicht krass außergewöhnlich hier. Wenn man so, es ist eine schwierige Kategorie, weil ich eigentlich gar nicht so den Spielwert beschreiben möchte, sondern eher machen mir die Mana-Kosten hier in irgendeiner Form besonderen Spaß oder dämpfen sie meinen Spaß. Ich würde schon der Eins geben, weil guck mal, für ein Mana wären zwei Karten gezogen am Tisch. Okay, okay. Wenn man so betrachtet, ja, find ich interessant, find ich sehr interessant. Also, oder für drei Mana wären sechs Karten gezogen. Das ist schon, das ist schon ungewöhnlich. Ich respektiere diese Einschätzung. Die Maschine sagt eins. Würde ich sagen, ja. Der Affe mackelt so ein bisschen hin. Befähigt mich, die Karte Karten zu ziehen. Auf jeden Fall, zwei. Zwei Punkte. Verändert sich die Downtime am Tisch? Nö, nichts nicht. Es werden Karten von der Bibliothek runtergenommen. Ja. Hat die irgendwas mit Angreifen, Kämpfen, irgendwas zu tun? Nee, spielt keine Rolle. Kann mein Gegner in irgendeiner Weise drauf auf besondere Art und Weise reagieren oder befähigt mich, die Karte auf den Gegner zu reagieren? Also, Multiplayer können natürlich die Leute dann argumentieren, wen du auswählst als zweiten Spieler. Also, es könnte so eine Interaktion herausvorrufen, aber erst mal die Karte nicht. Das ist so ein bisschen, die Formulierung ist hier ein bisschen schwierig. Die Karte sorgt dafür, dass ich mit einem Gegner interagiere. Denn ich muss einen wählen, der auch drei Karten zieht. Ja. Steht auf der Karte drauf, bitte interagiere jetzt mit einem Gegner, und schenke dieser Person drei Karten. Ja, okay. Und dann wird diskutiert, wer es sein darf. Oder es wird gefeilscht. Oder es wird irgendwie alte Schulden beglichen. Oder was auch immer. Finde ich unfassbar gut, denn ich spiele ja auch lieber weniger oder betreibe die Politik am Tisch weniger durch Drohgebärden als vielmehr durch Geschenke. Zu verlieren. Da gibt es ja unterschiedliche Spieler in Typen. Da gibt es ja unterschiedliche Spieler in Typen. Simplizität der Karte. Relativ einfach. Es ist super einfach. Ich meine, es hat anderthalb Zeilen Text. Zwei Leute ziehen drei Karten. So, einer davon bist du. Flexibilität. Ja. Multiplayer in mind, ne? Wir haben die Flexibilität. Wenn man zu zweit spielt, ist nicht so groß, nicht so viel Flexibilität da. Aber wir denken ja so ein bisschen an Multiplayer, auch an Commander. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, jemanden zu beschenken. Vielleicht eine Eins dann doch, weil Hexerei. Okay. Gut. Ja, ich mach eine Eins. Schade. Das war gerade ein sehr hoher Zahlenwert. Ja, ja, aber ist immer noch sehr gut. Ähm, Spieler in Typen-Bodus. Wem macht das Ding Spaß? Was? Kimi, würde ich sagen, findet, sieht den Vorteil nicht so richtig darin. Denkt so, ah, wenn ich drei Karten ziehe und mein Gegner, dann hat ja niemand was gewonnen. Mhm. So. Und macht mich eher angreifbar, weil der jetzt wieder mehr Mittel hat, um meine schöne ... Ja, genau. Ich will nicht, dass er drei Karten zieht. So, ne? So ging es mir am Anfang. Ich wollte meinem Gegner nichts gönnen, weil ich einfach nur so ... Aber wenn man halt vier am Tisch ist und das halt auch checkt, dann weiß man halt, ja, man muss sich vielleicht eh ein bisschen verbünden und eine Weile im Team spielen. Deswegen würde ich sagen, Toni vergibt dir auf jeden Fall einen Punkt. Immer noch ein sehr guter Wert. Immer noch ein sehr guter Wert. Und Niki vergibt der noch einen Punkt? Da war ich mir nicht ganz sicher. Da war ich mir nicht ganz sicher. Also, Niki kriegt generell wenig Punkte, habe ich jetzt so festgestellt. Niki ist so ein bisschen ... Ja, also viel mit Schadenfreude hat das nichts zu tun. Doch schon. Schon auch, ja? Ich würde sagen, komm, wir geben noch einen Punkt. Du kannst ja sagen, hier, ich lass mal denen eine Karte ziehen und dafür du nicht, weil du hast mich letzte Runde angegriffen. Also, du kannst halt schon so ein bisschen Stichel. Bam, neun Punkte. Das ist ein Wuder wert. Das ist eine Karte, die evident sehr viel Spaß macht. Die Maschine sagt ... Die aber keine auf dem Schirm hat. Nein. Ich würde schon sagen, dass die ein paar Leute auf dem Schirm haben, aber zu wenige wollen die spielen, weil sie, weiß ich nicht, alles Kimi sind. Ich hab keine Ahnung. Du Kimi, du. Ich hab mir die Karte auch geholt und ich müsste mir die eigentlich viel häufiger holen. Aber es ist halt auch eine Karte, die hat zwei weiße Manner-Symbole in den Kosten und weiß wird ein bisschen weniger gespielt. Vor allem im Commander ein bisschen weniger gespielt. Und genau, die würde ich vielleicht noch in einem zweifarbigen Deck spielen, aber ich glaube, in einem dreifarbigen Deck weniger. Wenn weiß nicht die primäre Farbe ist. Dann lass uns doch mal eine andere Karte nehmen, die ich jetzt gerade bei Limited Resources gehört hab, die gar nicht so gut sein soll. Aus dem aktuellen Set. Schieß mal los. Nicht so gut im spielerischen Sinne, weil die sind natürlich die Profis im Sinne von, was man spielen sollte, um zu gewinnen. Das Katana der Ahnen. Eins und ein weißes Artefakt Ausrüstung. Immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, kannst du eins bezahlen. Wenn du dies tust, lege das Katana der Ahnen an ihn an und die ausgerüstete Kreatur erhält plus zwei, plus eins. Ausrüsten kostet drei. Okay. Okay. Ja, okay. Dann lass uns mal den Knoten in meinem Kopf lösen und gucken, was die Maschine dazu sagt. Ich weiß es nicht. Ist für mich auch immer wieder ein bisschen überraschend. Ich gehe dann die Kategorien durch und gucke mal, was hinten bei rumkommt. Schöne Illustration übrigens von Daniel Lundkrien. Gut, das Katana der Ahnen. Ich glaube, mit Kappen ziehen geht es los. Spektakuläre Manakosten. Nee, spektakuläre Manakosten. Nicht so. Ach stimmt, Manakosten geht es los. Ist eine schwache Kategorie. Ist eine schwache Kategorie, muss ich dazu sagen. Ist nicht die schönste und beste Kategorie. Hat es irgendwas mit Karten ziehen zu tun? Auch nicht. Du schaffst mir auch keinen krassen Kartenvorteil oder so. Verändert das die Downtime? Immer wenn ein Samurai, ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, kannst du eins bezahlen. Du musst halt überlegen, betal ich die eins. Lege ich es an, dann muss ich nur rechnen, wie groß ist jetzt die Kraft und Stärke. Also es verändert sozusagen die Ausrüstungskosten, wenn ich angreife. Also ich greife an und dann sind die Ausrüstungskosten nicht mehr drei, sondern eins und es muss in dem Moment dann entschieden werden. Ja und du musst halt dann genau beim Angriff entscheiden, lege ich es jetzt an oder spare ich das Mana. Also da ist es schon ein kleiner Downtime. Dann gibt es hier minus eins. Incentiviert es mich anzugreifen? Würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall, na klar. Das ist ja das hauptsächliche Ding, was auf dieser Karte draufsteht. Ähm, genau. Es vergibt dann plus zwei, plus eins. Erhöht das irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ich angegriffen werde? Oder verringert das die Wahrscheinlichkeit? Eigentlich nicht, weil du greifst ja nur mit einer Kreatur an. Also von daher würde ich sagen ... Weil meine Kreatur ja immer noch getappt ist. Ich würde sagen, es verringert sogar die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Ähm, weiß ich gar nicht. Es gibt plus zwei, plus eins. Das heißt, ich habe eigentlich mehr, mehr ... Nee, weil du nur mit einer Kreatur angreifst, würde ich sagen, verringert es. Also wenn du drei Kreaturen hast, verringert diese Karte, dass du die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Weil die anderen Kreaturen warten müssen. Ja, genau. Ah, minus eins. Okay. Das habe ich übrigens total überlesen. Nee, es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ich angegriffen habe. Ach so, weil es Interaktivität ist. Hast du gesagt? Genau. Ähm, kann mein Gegner darauf reagieren? Oder erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass er darauf reagiert? Ja, schon. Er kann die Kreatur zerstören, an die du es anlegen wolltest, würde ich sagen. Weil er nicht will, dass du plus zwei, plus eins mitkriegst oder so. Also es würde ... Okay. Ja, okay, okay. Sag mal, du greifst mit einem 1-1-Token an und sagst, ich lege jetzt ... Das ist bei ausgerüsteten Kreaturen wahrscheinlich per se sogar ein bisschen ein Nachteil, ne? Dass man die dann einfach wegsmasht und dann, genau, verlieren sie halt das Equipment. Ist bei Auren wahrscheinlich noch mehr der Fall. Weil die ja dann gleich mit weggehen. Ähm ... Reagiere ich auf meinen Gegner in irgendeiner speziellen Weise? Nee. Mmh-mm. Ist es einfach? Nein. Geht so. Ich muss gerade dreimal lesen. Ja. Und ich hab zum Beispiel überlesen, dass es wichtig ist, dass der Samurai oder der Krieger alleine angreift. Ja. Äh, das heißt, ich würde hier mal ... Also es ist nicht unfassbar schwer, aber ich würde hier mal eine Minus-Eins geben. Ja. Wie flexibel ist das Ganze? Auch schon. Ja. Ich kann die Möglichkeit, ich kann es für drei anlegen. Ich kann aber auch das beim Angriff anlegen. Ich hab eine Entscheidungsmöglichkeit. Ja, ich würde hier eine Eins geben. Kein klares, ja, super flexibel, weil am Ende wird das Ding angelegt oder nicht angelegt. Mehr macht's dann doch nicht. Gibt plus zwei, plus eins. Und ist, ähm, genau. Ja, wer findet das gut? Toni findet das gut, wenn er es gut findet. Kimi findet es auch gut. Macht die Kreatur größer. Macht eine Kreatur größer. Aber kein einfacher Text. Aber die Karte an sich ... Nee, genau. Wird davon, glaub ich, abgeschreckt. Also, Equipments an sich findet Kimi schon ganz gut. Aber ich glaub, dieses Equipment vielleicht nicht per se. Okay. Also eine sehr durchwachsene Karte am Schluss. Weil wenn du da jetzt eine Eins gibst bei Toni, ist es genau auf Null, ne? Nee, ist bei Eins gerade. Ach so, du hast gar keinen Spielertyp jetzt. Kein Spielertyp findet ihr gut. Ich hab gerade keinem Spielertyp einen Punkt zugewiesen, weil es keine so richtig spannend findet. Na gut, lass mal überlegen. Im Limited findet's da irgendjemand spannend? Ja, laut Limited Resources nicht. Nee. Ja. Ja. Also, das ist auch tatsächlich vom Spaß. Ich würde jetzt auch nirgendwo klar Ja sagen. Und von daher würde ich das dann schon mal als Nein gelten lassen. Wir sind bei einer Eins. Das Ding macht keinen Spaß. Das ist unterdurchschnittlich. Ich guck mal kurz, was der Mittelwert bei den Karten ist mittlerweile, äh, aktuell, die ich hier habe. Da gibt's vielleicht einen anderen Mittelwert als bei den Mechanismen. Aber da hab ich auch noch nicht so viele. Das ist bei 3,9. Also auch bei 4 ungefähr. Ich hab mal noch so ein paar Sachen, ein paar Klassiker geguckt, ne? Soul Ring, sagen alle immer, es gibt langweilige Spiele, wenn Soul Ring im Spiel ist. Mhm. Ist natürlich keine Aussage darüber, wie viel Spaß es macht, Soul Ring zu spielen, ja? Also wenn ich sage, ja, das sorgt immer wieder für die gleichen Deckbau und so, das hat nichts damit zu tun, wie viel Spaß es macht, diese Karte auszuspielen. Spektakulärer Mana-Kosten. Ja. Würde ich zwei Punkte vergeben. Mhm. Also zum einen kostet's sehr wenig für einen großen Effekt, den es macht und es macht auch noch einen positiven Mana-Effekt. So. Also zwei Punkte. Ähm, Karten ziehen spielt keine Rolle. Downtime spielt auch keine Rolle. Angreifen, blocken, Gegner reagieren spielt auch alles überhaupt keine Rolle. Wobei, im Commander muss man ja mittlerweile sagen, dadurch, dass es ein Bewusstsein von allen ist, dass der Spieler, vor allem auch durch die Statistikfolge von der, von der, ähm, von der Command Zone, ähm, als sie gesagt haben, ja, die, wer den Soul Ring Turn 1 spielt, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, wissen jetzt mittlerweile alle, wir greifen mal eher den Spieler an, der den Soul Ring Turn 1 spielt oder der überhaupt einen Soul Ring im Spiel hat. Ähm, genau, deswegen könnte man hier fast sogar sagen, okay, wenn ich einen Soul Ring spiele, dann sorgt das dafür, dann intensiviert es meine MitspielerInnen, dass mehr interagiert wird so mit mir. Ähm, dafür gebe ich mal einen Punkt. Das mache ich jetzt einfach mal. Die Einfachheit der Regeln? Absolut. Klar. Simpler geht es quasi gar nicht. Ich bezahle 1, da kommt ein Artefakt ins Spiel, ich kann es tappen für 2. Wie flexibel ist das Ganze? Kein Punkt. Gibt einfach nur diese eine Art und Weise, das zu spielen. Wer findet das gut? Kimi, Toni, Niki. Finden das alle gut? Findet es niemand gut? Schon so ein bisschen finden alle gut, oder? Können sie alle das mehr machen? Das Niki findet es gut, weil die Karte unfair ist. Kimi findet es gut, weil es halt viel Mana gibt. Vielleicht findet es Toni nicht so gut, vielleicht langweilt das Toni. Ich würde sagen, Toni ist gelangweilt. Gut. Von der Karte. Du kennst sie besser. Oder sie. Ich würde sagen, das ist so, lieben Gruß raus an Axel. Der Axel in unserer Playgroup, lieben Gruß, Artefaxel, der, ähm, den langweilt Soul Ring. Behaupte ich jetzt mal. Axel, wenn du das hörst, schreib mir, ob es dir ähnlich geht. Und ob du die Soul Ring jetzt aus allen deinen Decks rausnimmst, nachdem wir dich so angezählt haben. Naja, ich sag ja, es gibt, es gibt niemand, ist hier, ist hier Spieler, Spieler in Typ in Reihen vorn. Sieben Punkte. Gute Karte. Das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr, sehr gute Karte. Gute Karte. In Sessual Recall bin ich auch bei sieben Punkten gelandet. Juti, ohne jetzt weiter zu erwähnen, wie viele Punkte ich in welcher Kategorie vergeben habe, stelle ich jetzt einfach mal so ein bisschen meine Top 5, ähm, Top 5, Top 6 vor. Wie gesagt, bei den Karten habe ich nicht so viele getestet mittlerweile, ähm, nur ein paar. Wenn ihr mehr Details sehen wollt, schaut euch die Tabelle selber mal an und probiert die vielleicht selber mal ein bisschen aus und guckt, ob das, ob das alles Sinn macht und gebt mir Feedback dazu. Also, ganz oben, habe ich ja schon erwähnt, Monarch mit, mit ungeschlagenen 11 Punkten. Darunter auf Platz 2 bin ich rausgekommen mit Cycling. Auch schön. Ist ja auch ein Evergreen, Evergreen-Mechanismus, der immer wieder kommt, wie heißt es auf Deutsch gleich nochmal? Umwandlung auf Deutsch. Ja, natürlich. Äh, sieben Punkte. Gut. Und dann, dann kommen vier Karten, die auf sechs Punkte sind und da war eine kleine Überraschung für mich dabei. Was mich wenig überrascht hat, war Raid, Überfall, weil es eben so stark zum, zum Angreifen motiviert und ist auch ein Mechanismus, der wird wiederkommen und immer wieder kommen, den finden die Wizards-Leute auch richtig gut. Und dann hat mich überrascht, äh, Flash ist da oben. Das ist natürlich ganz, wenn du eine Karte mit Flash hast, also eine Kreatur beispielsweise oder ein Enchantment, äh, was man dann eben, äh, so spielen kann, wie ein, ein Spontanzauber, dann erhöht das natürlich die gebotene Aufmerksamkeit, die du, an, die du haben musst, die du mitbringen musst. Wann spielst du diese Karte? Wann hältst du die zurück? Wann interagierst du wie mit dem, ähm, wann bringst du die ins Spiel, um mit dem Gegner eben zu interagieren? Also das ist, ähm, ja, deutlich interaktiver als eine Karte ohne Flash. Aber sag mal so, ist nicht überraschend, dass du von Flash überrascht wurdest? Da geht's dir, geht's dir wie vielen Magic-Spielerinnen. Definitiv. Damit hat keiner gerechnet. Und das ist ja auch das, was, äh, anscheinend diesen hohen Wert dann ausmacht, dass es halt eine hohe Interaktivität erzeugt und, äh, ja, so ein bisschen das Spiel lebendig macht. Dann, äh, Trample hatten wir vorhin schon, ist auch auf sechs Punkte gelandet. Menace ist auch noch relativ hoch, ähm, gelandet. Menace, Bedrohlichkeit, nee, nicht Bedrohlichkeit, ähm, doch, bedrohlich. Bedrohlich. Äh, genau, also, hat natürlich auch irgendwie total viel mit dem Kampf zu tun. Macht was sehr gut, aber, ähm, genau, schadet sozusagen anderen Kategorien nicht. Deswegen gibt's hier sechs Punkte. Ähm, eine Kategorie, die ja viele auch noch so als den Liebling bezeichnen. Flashback hat, hat fünf Punkte bekommen. Ich hab auch, äh, geguckt, wo Flying landet. Ja, fliegend. Auch ein super simpler Mechanismus. Eben auch die Baseline und deswegen auch Baseline vier Punkte. Noch ein bisschen überdurchschnittlich waren Landfall. Mhm. Ähm, oder einfach die Möglichkeit, zu ein, ein, zum Beispiel ein Counterspell zu spielen. Oder den Jutsu aus dem aktuellen Set. Sehe ich auch gerade. Oder den Jutsu aus dem aktuellen Set. Genau. Ist halt nicht so richtig der einfachste Mechanismus. Aber, ähm, ähm, inzentiviert mich einfach anzugreifen. Ich muss gucken, wann ich das wie mache. Ich muss gucken, wie reagiert mein Gegner. Ich muss dann entsprechend drauf reagieren. Oder vielleicht sogar, ähm, im ganz, ähm, im menschlichen Sinn, sozusagen bei, bei der Interaktion am Tisch gesprochen. Ich muss irgendwie ein bisschen bluffen. Ich greife ja an und so. Da kommt schon kein Jutsu. Oder ich muss eben mit vielen angreifen. Dass auf jeden Fall, ähm, eine Kreatur durchkommt, quasi, um dann eben den Jutsu spielen zu können. Die ist nicht die einfachste, der ist nicht der einfachste Mechanismus. Deswegen gibt's da, deswegen gibt's da Abstriche. Aber ich hab eben eine gewisse Flexibilität, deswegen komm ich bei fünf Punkten raus. Wenn man durchgeht, vielleicht rankt's da sogar noch ein bisschen, noch ein bisschen höher. Wer weiß. Also nichts ist hier in Stein gemeißelt, aber es gibt einem schon mal eine ganz gute, eine ganz gute Richtung vor. Unterdurchschnittlich, ähm, waren, damit wollte ich's natürlich auch testen, äh, Annihilator. Ja, kennt ihr? Haben diese riesen Eldrasis. Ich greife jemanden an und, ähm, im Angriff quasi, so auf den Angriff-Trigger, muss mein Gegner schon, äh, x Kappen opfern. Das erhöht die Downtime ungemein. Ja, das wird einfach langsamer. Spiel ist eben nicht sofort dabei, vorbei. Verlangsamte Spiel für einen Spieler extrem. Und, äh, gefühlt ist der raus, aber er muss noch eine Weile leiden. Das macht es so schrecklich. Eigentlich hätte ich hier fast minus drei Punkte gegeben in der Kategorie. Ähm, aber ich, ich muss natürlich auch angreifen, ne? Ich muss damit, ich muss angreifen, um das irgendwie auszulösen. Also es hat auch seine Vorteile und es bringt auch irgendwie so, bringt auch irgendwie so ein, ja, Bonuspunkte mit sich. Ähm, Hexproof und Ward schneiden beide auch ziemlich schlecht ab, mit jeweils einem Punkt, weil es eben die Interaktivität, die Interaktion der Spieler innen rausnimmt, ne? Äh, Hexproof, ähm, ist halt simpel, aber ich kann gar nicht reagieren. Ward ist ein bisschen, ähm, weniger hart quasi, aber ich muss immer genau gucken, was sind jetzt die Ward Kosten. Von der Karte ist es zwei, ist drei, ach, hier ist noch eine mit eins und hier muss ich drei Leben bezahlen. Also es erhöht dann wiederum die Komplexität. Ähm, hab noch geschaut, Planeswalker an sich, hab ich mal geguckt. Es landen bei zwei Punkten und bei drei Punkten haben wir beispielsweise, die Sargassen sind jetzt bei drei Punkten gelandet oder Double Strike, Reach, Infekt, ähm, sind da. Genau, schaut euch die Tabelle mal an und guckt mal, ob ihr mir in allen Kategorien so zustimmen würdet. Aber ja, sagt mir so ein bisschen auf jeden Fall, hey, ähm, ja klar, Cycling ist ein gutes Ding. Das wusste jeder und schon immer, ach, es macht halt Laune und ich spiele aber so gut wie kein Cycling in meinen Decks. Naja, was ich jetzt rausgelesen habe oder gelernt habe, ist tatsächlich, oder nochmal bestätigt gefunden habe, ist, ähm, das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass Mechanismen dann gut sind, wenn sie was richtig gut machen, du das schnell verstehst und wenig Nachteile in anderen Kategorien bringen. Das heißt, sowas, wie wir jetzt hatten mit den, äh, also diese, diese Peak, doppelseitige Kartengeschichte, die wir, die wir letztes Jahr hatten mit Kaltheim, wo du dann erstmal da sitzt und ganz viel Text lesen musst, ist, ist zwar spannend, ist wahrscheinlich auch sehr strategisch und sehr, ähm, sehr verkopft auch ein bisschen, aber es macht halt, es macht halt weniger Leuten Spaß, als jetzt einfach mit Großkreaturen irgendwo drüber zu trampeln. Mhm. Also doppelseitige Karten finde ich auch schon wieder sehr, sehr komplex, weil du dann viel im Blick behalten musst und ich, und Mechanismen wirklich dann gut sind, wenn sie, wenn sie sehr einfach sind und ich glaube auch, ähm, das haben wir noch gar nicht besprochen, wenn jetzt zum Beispiel eine Kreatur, äh, Wachsamkeit und Trampel hat, dann kannst du wahrscheinlich auch die zwei Werte addieren, ziehst vielleicht noch ein bisschen was ab für die Komplexität und dann kommst du wahrscheinlich schon an, schon sehr hohen Wert, weil das einfach eine spaßige Karte ist. Mhm. Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, das noch mehr auszuprobieren und für mich ist es halt irgendwie, ist hier der Weg, das Ziel, ne? Also es geht gar nicht so zwingend darum, also ich finde es auch schön festzustellen, ähm, einen gewissen, einen schöneren Blick hier zu haben für bestimmte Mechanismen oder Karten, die ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm habe oder jetzt zu sehen, wie, wie krass gut, äh, irgendwie Secret Rendezvous, ähm, beispielsweise abschneidet oder, oder Flash, ähm, und darauf ein bisschen mehr zu achten, aber es ist vor allem zu schauen, die Karten genau anzuschauen und einfach mal wirklich feindlich anzugucken, was macht die Karte überhaupt? Macht die viel, macht die wenig, ähm, und es, und, und die große Erkenntnis ist, eigentlich sollte jedes Spiel mit, mit Monarch irgendwie stattfinden. Es gibt ja die Spielvariante, die hatten wir in unserer Spielvarianten-Folge auch, wo man einfach mit dem Monarch in der Tischmitte liegend anfängt, das heißt, es muss kein Spieler sozusagen die Karte, ähm, oder den, den Monarchen an sich über eine Karte ins Spiel bringen, sondern das ist einfach da und wer als erstes Schaden auszahlt, kriegt halt einfach den Monarchen und daraufhin ist das Ding im Spiel und dann wird Pingpong gespielt damit. Das ist eine schöne Spielvariante. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen und, äh, ich wollte mich bei dir mal bedanken für dieses schöne Geschenk zu unserem 25, äh, jährigen Jubiläum. Und, äh, ihr schreibt uns gerne, mit welchen Karten ihr das ausgetestet habt. Ich weiß nicht, du machst diese, dieses Google-Dokument, was es jetzt ist, wahrscheinlich, ähm, nur lesbar und dann kann sich jeder eine Kopie ziehen für sich und dann sich rumtesten und uns Feedback geben. Ja, vielleicht mach ich sogar die Kommentarfunktion an, dann können wir irgendwie direkt, im, kann ich direkt im Dokument ein bisschen kommentieren und einfach das als, als, äh, kleine Kommentarfunktion nutzen, wo ich, wo wir überall vermeintlich daneben gelegen haben. Und wir gucken mal, ob wir dann in New Capena dann vielleicht auch mal testweise die Mechanismen da bewerten und vielleicht auch die Karten, die wir bewerten, könnte ich mir vorstellen, einfach um zu gucken, ob das was ist, was wir regelmäßig machen wollen und, ähm. Wir haben die Technologie. Genau, ähm, wenn ihr übrigens, äh, fällt mir gerade ein, auf die Geschichte von, äh, Kamigama gewartet habt, das haben wir jetzt ein bisschen hinten runden fallen lassen zugunsten dieser, äh, tollen Maschine hier, weil ich glaube, das macht uns mehr Spaß gerade. Hey, ich hoffe inständig, dass ich niemanden damit gelangweilt hab. Ich weiß, das ist ganz schön, dass man da ganz schön, dass ich den Kopf zerbrechen kann, aber das ist, finde ich, auch der Spaß von Magic, dass man, äh, dass man einfach so für nichts mehr anderes Hirnkapazitäten hat, sondern halt voll von diesem Spiel verschlungen wird. Also ich war jetzt wirklich, also die Zeit ging jetzt echt ruckzuck rum und ich fand's jetzt auch wirklich sehr spannend, hier nochmal, äh, Karten zu bewerten und drüber zu diskutieren. Ich glaub, diese Diskussion macht's dann auch nochmal richtig spannend und zu sagen, ah, okay, wie siehst du das und dieser Aha-Effekt, den du jetzt zum Beispiel auch gerade hattest, wo wir drüber gesprochen haben mit, ah ja, klar, da, ähm, schütze ich mich ja, weil ich ja nur mit einer Kreatur angreifen muss. Das ist, glaube ich, auch für einen selber dann nochmal, also nicht, dass ich dir jetzt hier so eine Lehrstunde gegeben hätte, aber dass für einen selber dann auch nochmal klar wird, ah, okay, das macht die Karte und deswegen ist, macht's, macht's das für mich spaßig. Das ist ja einer der, der Grund, des Grundspaßes in Magic, immer wieder Karten neu zu evaluieren. Ähm, und mit diesen Worten, als kleine Überleiterin würde ich gerne in die Nachspeise gehen, denn dann würde ich kurz über das Format Pauper sprechen. Machen wir das. Hm, was gibt's da? Für Nachspeise gibt's einen Chocolate-Covered Broccoli. Was? Dazu möchte ich nicht mehr sagen, google's einfach mal. Uh, haben wir ganz schön viel zu verdauen jetzt erstmal. Ich erklär's ganz kurz, der Chocolate-Covered Broccoli ist ein, ist ein, ein Sinnbild aus dem Game Design und beschreibt eigentlich ein bisschen schiefgegangenes, äh, Game Design. Ich hab den gesunden Broccoli, beispielsweise ein Lerninhalt, ich möchte ein Spiel machen, wo die, wo die Kinder einen gewissen Lerninhalt bekommen, ja, und, äh, das ist der gesunde Broccoli, den die Kinder essen sollen und um den besonders schmackhaft zu machen, mach ich Schokolade drauf, also pack das in einen coolen Spielmechanismus. Das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun, beispielsweise sind das diese viele, Vielzahl von Quizzes, die man so als Spieler, ähm, vorgelegt bekommt, wo man eigentlich keinen Spielspaß hat, sondern die ganze Zeit nur lernt, was man alles nicht weiß oder darin bestätigt wird, in den Dingen, die man eh schon wusste. Das ist ein Chocolate-Covered-Broccoli. Guten Appetit. Aber der Maschine liegt erstmal leicht im Magen. Ich bin, ähm, trotz der Komplexität sehr angetan und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer testen da jetzt fleißig und werfen da ihre Lieblingskarten rein und, äh, ja, bin ich sehr gespannt. Aber es gibt, es gibt hoffentlich einen neuen Blick und einen neuen Blick hatte ich neulich erst. Ich hab nämlich, ähm, ähm, mit dem, äh, Robin von Radio Raffnica, ähm, hab ich mich mal so zum Popern verabredet und wir haben ein bisschen Popper gespielt und das war voll der erleuchtende Moment. Ich kann's nicht anders sagen. Robin, liebe Grüße und vielen lieben Dank für diesen, für diesen Abend und wir werden jetzt auch bald wieder spielen und ich hab, ich hab das für mich wiederentdeckt. Ich hatte schon vorher so zwei, zwei Decks, so Spaß-Decks. Wir hatten quasi in der Playgroup, ähm, eine Zeit lang oder so ein paar aus der Playgroup gesagt, hey komm, wir bauen einfach mal so Decks mit den Karten, die rumliegen, mit den Comments, die rumliegen, ne? Also nochmal kurz zur Erklärung, Popper, ein, ein Kartenformat, wo ich Decks baue aus, bestehend aus 60 Karten. Jede Karte darf maximal viermal drin vorkommen und es verwendet werden eben dürfen nur Karten, die irgendwann mal in der Geschichte von Magic in der Seltenheitsstufe kommen, also gewöhnlich abgedruckt wurden. Und, ähm, das ist ein Format, das wird sehr viel gespielt und das ist im Unterschied zu den vielen Casual-Sachen, die wir hier gespielt haben, äh, die wir jetzt besprochen haben, eben ein kompetitives Format. Und, ähm, von allen kompetitiven Formaten, die ich kenne, finde ich das Casualste, weil es das Zugänglichste ist, ne? Also ich wollte einfach mal auch ein bisschen ausprobieren, zum Beispiel dieses Ding von Netdecking, ja? Ich hab noch nie genetdeckt in meinem Leben, also ins Internet geschaut, was gibt's da für Decks, hab mir mal so ein Ding gebaut und probier's mal aus, weil diese Decks halt oftmals dann schon so teuer sind, äh, wenn ich jetzt Standards spielen möchte beispielsweise, von Modern ganz zu schweigen, ich will keine Hunderte oder Tausende Euro ausgeben, um irgendwie ein neues, um das Spiel mal auszuprobieren, ähm, Legacy und Vintage, keine Ahnung, die spielen Leute, hab ich schon mal gehört, aber damit hab ich quasi nichts zu tun, als, als Spieler, der nicht in den 90ern gespielt hat und diese wertvollen Karten nicht bei sich hat, nur rumliegen hat. Und für Pauper konnte ich jetzt, keine Ahnung, 30 Euro bei Cardmarket investiert und ich hab halt eins der besten Pauper-Decks jetzt zu Hause rumliegen, noch ein paar Karten eben zu Hause gefunden, hab meine ganzen Comments, die hier rumliegen, alle nochmal durchgegangen und plötzlich Sachen gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe und auch festgestellt, hey, äh, in, in, ähm, Adventures of the Forgotten Realms, da ist halt irgendwie der tödliche Disput drin, der tödliche Disput, der wird gerade überall gespielt, auch in Pauper, die kostet halt irgendwie zwei Euro, die Karte, wenn man die sich kauft, das ist halt eine Common, die kostet mehr als irgendwie, ähm, 90% aller Rares, die aus dem, die in dem Set rausgekommen sind, gefühlt, ähm, und davon hatte ich dann halt, aus dem Pre-Release, hatte ich dann halt diese so eine Karte rumliegen und plötzlich so einen neuen Schatz, so einen ganz unverhofften Schatz entdeckt und, ähm, das ist ganz cool und nach einer kurzen Twitter-Umfrage hab ich festgestellt, viele von euch haben Pauper-Decks rumliegen, spielen sie nicht oder würden's gerne mal ausprobieren, aber kennen jemanden, der es, der es mit denen zocken würde und deswegen dachte ich, ähm, lasst uns doch mal zum Pauper-Spielen treffen, deswegen folgt uns am Twitter-Kanal at tasty unterstrich mtg, hier schließt sich der Kreis zum Anfang und dort, ähm, werde ich dann bald mal bekannt geben, wann wir uns zum Pauper-Spielen treffen und wo wir das machen, natürlich digital und über Spelltable, denn das ist ja das Problem, in der physischen Umgebung finden sich nicht genug Leute, aber, ja, Spelltable macht es möglich, dass wir eben über die Welt hinweg verstreut, gemeinsam Paupern können und mal ausprobieren können, wie es funktioniert. Genau, ganz Casual-Decks. In der weiten Welt. Genau, wir können natürlich ganz Casual-Decks ausprobieren, die einfach aus den herumliegenden Karten entstanden sind oder halt tatsächlich auch, und da hab ich Lust drauf, einfach mal die kompetitiven Decks, von denen ich jetzt eben auch eins habe, wo ich irgendwie auch so ein bisschen stolz bin, so ein Ding bei mir rumliegen zu haben. Genau, behaltet unseren Twitter-Kanal im Auge und folgt uns, äh, gerne, wenn ihr es noch nicht tut und schreibt uns auch gerne da eure Kommentare zur Maschine, wenn euch das Google-Dokument erstmal abschreckt. Wie fandet ihr die Folge? Hat es euch gefallen? ähm, wir haben mal was probiert und ich danke dir nochmal ganz herzlich, Geist, dass du, ähm, ja, sowas Tolles vorbereitet hast für diese Folge. Ich hab dich nicht totgequattelt. Nein, ich fand es jetzt immer noch viel spannender als die erste Idee, als du es mir gepitcht hast. Also wunderbar. Freue ich mich. Richtig, richtig schön. Und, ähm, ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir und bei euch für, ja, fürs Zuhören, bei euch natürlich, fürs Zuhören für 25 Folgen und während 25 Folgen ganz, ganz toll. Ja, es sind ja echt schon ein paar von der ersten Folge dabei und, ähm, ein paar, die ganz neu erst dazugekommen sind, was irgendwie super, super cool ist. Wir kriegen immer wieder Face-Feedback bei, bei Twitter und es macht uns Spaß und es motiviert uns dazu, weiterzumachen. Und zum Abschluss hab ich noch einen kleinen, kleinen Mini-Mini-Gimmick, den wir zur 25. Folge mal raushauen können. Mhm. Ähm, ihr kennt ja unseren Intro-Track. Das ist ein vollständiger Track, von dem wir euch immer nur so ein paar kleine Schnipsel vorspielen und zum Abschluss spielen wir euch den einmal komplett vor. Den hast du ja auch gemacht, ne? Den hab ich auch gemacht, genau. Ja, ein Original für euch jetzt zum, äh, zum Mitschneiden. Das war ein Track, wo eigentlich mal irgendwann, irgendwann, irgendjemand mal einen Text dazu schreiben sollte und vielleicht mal irgendwie, ähm, verbal, akustisch damit interagieren sollte. Dazu ist es nie gekommen, deswegen ist es ein Instrumental geblieben und quasi das Intro von Tasty geworden. Wenn ihr euch berufen fühlt, dazu, einen coolen Magic-Text dazu zu schreiben, meldet euch, dann machen wir was. Okay, dann, äh, sind wir jetzt ruhig und wir spielen jetzt den Track. Viel Spaß, tschüss und bis bald. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020